Ich befinde mich gerne links, aber manche YouTuber befinden sich auch eher sehr weit rechts. Und wenn ich rechts sage, dann meine ich hinter der Grenze von dieser Wand. Und zwar der liebe Störtepriest, das ist ein rechter YouTuber und Verschwörungstheoretiker, der ein Video gemacht hat, Reaction-YouTuber eskaliert, beschuldigt Unge und heiligt Rachel. Es geht um die Unge-Thematik und Störtepriest ist ja anscheinend ziemlich sauer. So, wir schauen mal rein, was er gut hier zu sagen hat. So, ganz wichtig, bevor du dir das Video jetzt anschaust, da geht es jetzt um die Psychologie von dieser Generation Z, anhand vom Salami, sehr gut erklärt. Wenn dir das nicht gefällt, dann schalt jetzt einfach ab. Wenn du dich einfach mehr für... Alles klar, danke für die Reaction, bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag. Wenn du so Prophetie-Videos interessierst, die kommen dann die Tage wieder raus. Aber heute mache ich einfach dieses Thema. Mein Kanal ist kein reiner Prophetie-Kanal, obwohl der Großteil meiner Videos daraus besteht. Für mich ist es auch wichtig, den Bogen zu spannen, gesellschaftskritisch und psychologisch, was da draußen aktuell so abgeht, um einfach den Zeitgeist einzufangen. Für mich ist das auch kein großer Streit, sondern eher analysiere ich das Ganze sehr gern. Du kannst eine Menge dabei lernen. Das wurde jetzt ziemlich aufgedröselt. Und vor allem auch, was er durch die Blume sagt und was er nicht sagt, was aber trotzdem eine Bedeutung hat. Aber wenn das nicht dein Thema ist, dann bitte schalt jetzt ab. Und konzentrier dich auf die Videos von mir, die dir dann gefallen. Wenn du mich unterstützen möchtest, alles in der Videobeschreibung. Hi, Julien. Herzlich willkommen. Und ich habe jetzt heute zu Gast auch die Leni. Das ist eine Freundin von mir. Wir wollten... Mo-Moment. Sch-HOLD, Chad, HOLD. Störte Priest hat eine... Was? Weiblich? Weiblich? Ich kann das nicht fassen. Jetzt eigentlich was unternehmen, aber leider hat es jetzt ziemlich stark geregnet, sodass wir uns gedacht haben, können wir doch mal auf den Salami reagieren. Eine Frau guckt mich... Das kann ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Wenn dir das jetzt nicht gefällt, dann schalt an dieser Stelle... Das hast du doch gerade schon gesagt. ...aus. Ich mache das nächste Ilmaier-Video bestimmt schon die nächsten Tage. Also da kommt genug Material für dich raus. Bro, du hast richtig Angst, dass er durch mich Zuschauer verliert. Für alle anderen, die sind herzlich willkommen. Und es geht jetzt einfach darum, nicht, dass man sich jetzt sinnlos bieft, sondern dass man so psychologische Zusammenhänge versteht. Und ich finde diese psychologischen Zusammenhänge in der heutigen Zeit extrem wichtig, weil viele das schon gar nicht mehr begreifen, weil sie für mein Dafürhalten von den Medien so blöd gemacht wurden von diesem ganzen Mainstream-Gedanken, sodass wir da jetzt einfach mal Licht ins Dunkle bringen wollen. Also ich mache den jetzt mal groß. Wir können uns dann auch mal die Kommentare anschauen und da mal überlegen, was bedeutet das psychologisch? Also ich mache das jetzt hier mal auf. Also man sieht, da ist dieser Mark Salami oder wie er sich auch immer bezichtigt. Da hinten ist sein Bett, da ist irgendwie dieses Strafgesetzbuch. Nee, ist tatsächlich ein bürgerliches Gesetzbuch, aber ein guter Guess an der Stelle. Zack. Gerade sieht man hier leider nur mein vitales Dr. Oetker Müsli, kann ich empfehlen. Ist natürlich keine bezahlte Werbekooperation. Keine Ahnung, was er da mitverfolgt. Wahrscheinlich will er später mal Anwalt werden oder sowas, habe ich mal rausgehört. Brich den Knascht, stört der Brich in Butzbach. Firma gründen und eine Feministin heiraten. Aber jetzt schauen wir einfach mal rein und gehen jetzt sachlich auf die ganzen Argumente ein. Es war klar, es musste jemanden geben, der die andere Seite der Medaille zeigt. Und zwar der liebe Störte Priest. Er sagt, dass Rachel selbst dran schuld ist, an dem, was Unge angeblich ihr angetan hat. So eine kurze Erklärung für meine Zuschauer, die da jetzt nicht so affim sind mit diesen ganzen neuen Streamern und YouTubern. Da gibt es halt einen, der hat so vier Millionen Abonnenten, also im Endeffekt eine Fanbase von vier Millionen Leuten. Und der macht halt auch so Reaction-Videos, in dem er halt seine Meinung irgendwie kundtut. Und der war halt zur richtigen Zeit anscheinend am richtigen Ort. Und darum ist der halt so in die Höhe geschossen und müsste dementsprechend auch Multimillionär sein, weil da kommen ja dann einige Kooperationen zusammen. Und soweit ich das verstanden habe, ist er ausgewandert auf eine Insel. Also ich glaube, die Insel war Madeira. Und da lebt er im Endeffekt halt so sein Traumleben. Und dann hat er eben eine Frau kennengelernt. Und im Endeffekt hat er dann mit dieser Frau Schluss gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie wieder zurück muss nach Berlin, wieder ihr normales Leben führen. Die ist schon wieder in Berlin und hat da ihren Job verloren. Geil. Erstmal der Traum geplatzt von Madeira. Und die hat jetzt ein Video über ihn gemacht, was er für ein schlimmer Mensch ist. Und wäscht für meinen dafür halt einen Schmutzwäscher. Und das sagen halt jetzt viele. Aber er hat vor ihr ein Statement veröffentlicht. Wenn man aber genauer recherchiert, kommt raus, dass der da Wind gekriegt hat, dass sie eh ein Video gegen ihn machen wollte. Und dann wollte er so gesehen zuvor kommen. Aber es hat dann im Endeffekt auch nicht richtig gut geklappt. Hauptproblem, was ich sehe, dass man da den ganzen Mob von vielen Leuten... Wie stelle ich mir das gerade vor? Erzählt er da die ganze Zeit? Sitzen die da vor seinem Monitor? Also, Digga, kommt die Frau noch, Chad? Denkt ihr, die sitzt da jetzt einfach 54 Minuten daneben? Oder denkt ihr, die hat auch Parts? Jetzt wieder auf irgendetwas hetzt. Und das eben auch so intime Details wie WhatsApp-Chats abgelichtet werden und dem Internet zur Schau gestellt werden. Und ich finde, das geht gar nicht. Und daher würde ich behaupten, dass diese Frau einen ziemlich miesen Charakter hat. Meine Interpretation. Der Salami ist da anderer Meinung. Und wir wollen uns das jetzt einfach mal anschauen, was da heutzutage alles abgeht. Es wird ein bodenloses Video. Haltet euch fest, lasst gerne ein Abo und Like da. Die meisten hier haben noch nicht abonniert. Ich würde mich freuen, wenn du endlich dazugehörst da draußen. Und folgt mir auch gerne auf Twitch. Zweiter Link in der Beschreibung. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. YouTube.com Herzlich willkommen auf meinem Kanal. YouTube.com Slash Störtepriester Und heute gehe ich mal wieder auf dieses Sittenverderbnis ein. Also so interpretiere ich das zumindest. Und wir können da eine Menge draus lernen. Es geht mal wieder. Bro, die Reactionception ist wirklich auf einem anderen Level. Jetzt bewege ich mich hier auf die rechte Ecke der Medaille. So. Wieder um die nächste Schlammschlacht. Und wer das jetzt schon mal mitbekommen hat, erst war es ja diese Annie the Duck. Und jetzt geht es weiter mit diesem Simon Unge. Wenn dich das Thema nicht interessiert, kannst du hier abschalten. Aber ich finde es dennoch sehr, sehr wichtig, was da jetzt in der breiten Gesellschaft passiert. Und das zeigt ja sehr gut, dass Menschen zu Geld kommen oder zu Fame kommen, die für mein Dafürhalten nicht viel leisten. Das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung oder Meinung. Stimmt. Der Störtepriester, müsst ihr wissen, der leistet nämlich unfassbar viel. Das ist einer der leistungstragenden YouTuber auf YouTube. Der macht zum Beispiel Videos über so Alkoholiker. Dieser Alois Irmaier war früher so ein Alkoholiker, der so ein paar Wahrsagungen gemacht hat. Und über den berichtet er jetzt und sagt, dass die Welt bald in Krieg und Trümmern enden wird. Das sind natürlich die guten Beiträge für YouTube. Hat er recht. Leni, wie siehst du das zu dem Thema Alkoholiker? Weil er sagt doch immer so mit Moral. Also ich finde jetzt nicht, dass man so über den Irmaier sprechen kann, weil es ja nicht bewiesen ist, dass er Alkoholiker ist. Und über Tote soll man ja nicht schlecht sprechen. Deswegen finde ich das jetzt moralisch nicht so in Ordnung, wenn man halt als Vorbild im Internet präsent sein möchte wie der Salami. Aber ist das vielleicht auch irgendwie so eine Beschämungstaktik, dass der vielleicht ganz genau weiß, dass der Irmaier schon ein Phänomen war? Man kann das ja in diversen Büchern nachlesen, einfach nur damit er mich dumm macht. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass er sich über dich lustig machen möchte, weil er halt damit ausdrücken möchte, dass dein Content auch in seinen Augen nicht so wertstiftend ist. Na gut, aber im Endeffekt, wenn jetzt da tatsächlich sowas eintritt... Ne, meine Aussage, ja, ich gebe zu, das war überspitzt dargestellt, gebe ich. Es war auch ein bisschen so trotzig, weil Störte Priest ein Video gemacht hat über Baba Bartonek und sich über den sehr aufgeregt hat, weil Baba Bartonek sich über Alois Idemeier lustig gemacht hatte. Und ich will damit nur sagen, dass Störte Priest ein YouTuber ist, der Angst und Schrecken verbreitet und das halt einfach kein guter Beitrag ist. Wenn du Menschen ohne irgendwelche wissenschaftlichen Zusammenhänge einfach nur Angst machst und denen sagst, okay, bald könnte dreitägige Finsternis anfangen, wo die Welt in Trümmern liegt und alles wird scheiße und die Welt geht den Bacher runter und alles ist schlimm und Sittenverderbnis und wir werden alle zugrunde gehen. Oh je, oh je, dann ist das kein guter Beitrag, dann ist das genau das Gegenteil, dann ist das einfach nur extrem uncool und scheiße, dass du Menschen Angst machst, finde ich. Und ich warn die Leute, dann habe ich höchstwahrscheinlich einen größeren Wert gestiftet als jetzt so ein Meinungs-YouTuber, der seine seichte, angepasste... Aber was ist, wenn deine Warnung niemals eintrifft? Hast du dann nicht voll die Scheiße abgezogen? Die Meinung über alles drüber legt und im Endeffekt das gleiche sagt wie der Mainstream auch, damit die Klicks halt nach oben gehen. Ich meine, das ist ja auch, das kann man auch so unter Gratismut bezeichnen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt war ja dieser Fall in Sylt und wenn ich jetzt auch auf die drauf haue und sage, das geht alles überhaupt nicht und genauso wie es die Presse macht, dann ist das ja nur so ein Gratismut. Also ich erhebe mich und sage da meine Meinung, aber ich habe ja da nichts zu verlieren im Endeffekt, weil ich ja dann komplett mit dieser Linie laufe. Viel mutiger ist er dann, wenn man da was Gegenteiliges sagt. Ja, aber manchmal ist auch die herrschende Meinung einfach die Meinung, die richtig ist. Das soll tatsächlich mal vorkommen hin und wieder. Gegen diesen ganzen Mainstream, oder? Ja, mutiger ist es schon, aber man sollte halt auch wirklich der Meinung dann auch sein. Aber der Trend geht ja immer weiter zu diesem ganzen Onlyfans, zu so YouTube-Geschichten oder Streaming-Geschichten. Ich muss aber sagen, sie hat tatsächlich eine ganz angenehme Stimme. Sie hört sich an wie 24 und nicht wie 64, wie der gute Störte-Priest, halt das. ...Geschichten und wir haben da jetzt ein... Ist er natürlich nicht. ...ein Problem und zwar, ich interpretiere es als leistungsloses Anspruchsdenken. Das bedeutet, manche machen da ein bisschen einen Stream oder ziehen sich auf Onlyfans aus. Und das stellt für mich keine große Leistung dar. Aber, wenn man sich jetzt so eine Onlyfans-Creatorin rauspickt, kann die ja bis zu 20.000 Euro oder mehr im Monat verdienen. Jetzt verdient die... Ja, doch schon eher Richtung 200.000 oder manche sogar 2 Millionen im Jahr, aber okay, ja. ...Haufen Geld, bringt aber eigentlich... Im Jahr, im Monat, meine ich. ...keine Leistung. Und da werden dann manche sagen, ja, die Leistung ist doch, dass viele Männer dann da draufstehen. Aber das ist ja nur eine Illusion. Das bringt ja keinen wirklichen Wert für die Gesellschaft, so interpretiere ich. Stimmt. Ja, stimmt. Er hat ja absolut recht. Bringt doch keinen Wert für die Gesellschaft. Genauso wenig wie irgendwelche Rock-Songs zu veröffentlichen. Er war auch früher Musiker. Oder den Krieg vorher zu sagen von irgendeinem schon längst gestorbenen Alkoholiker. Ja, das sehe ich jetzt so ein bisschen anders. Also wenn man Musik macht, dann steckt man da ja schon Kreativität rein. Man überlegt sich Texte, Melodien, Einsingen. Man muss... Stimmt. Und wenn man Videos macht, dann kann man da auch tatsächlich Kreativität reinbringen. Auch Geld vorstrecken zum Aufnehmen, CDs. Und das hat auch einen Wert, über Menschen aufzuklären, die in der Öffentlichkeit anders dastehen, als sie eigentlich eventuell sind. Das erfordert viel Mut und das ist auch gar nicht so leicht, das zu machen. Natürlich hat das einen Wert, Musik zu machen. Aber dann hat das auch genauso Wert die Arbeit von Rachel oder die Arbeit von Kyla Scheichs. ...pressen und wenn ich jetzt auf Onlyfans gehe, habe ich ja kein Risiko, wenn ich jung bin und einen guten Körper habe. Nee, stimmt. Du hast überhaupt kein Risiko. Wenn es floppt, hast du im schlechtesten Fall nie wieder einen Job, weil alle Arbeitgeber sagen, du bist ja ein Onlyfansmodel. Deine Bilder können geleakt werden, rumgeschickt werden. Du kannst überhaupt niemals erfolgreich werden zum Teil. Deine Familie kann dich ausstoßen dafür. Du hast extrem viel Arbeit, weil du die Bilder bearbeiten musst. Du musst sie machen. Du musst dir Outfits zusammenstellen. Du musst dir Sachen überlegen. Du musst auch noch Non-Onlyfans-Content machen, um deinen Onlyfans zu bewerben. Also es ist überhaupt keine Arbeit. Du machst da zwei Nacktbilder rein, die du eh hast und dann bist du Multimillionärin. Ja, so läuft das. Man hat ein Handy, da muss man jetzt nicht so das Genie sein wie jetzt ein Musiker, der da... Nein, kann jeder. Deswegen ist ja auch jeder erfolgreiches Onlyfansmodel, ne? Klar. Aktivität reinsteckt. Wenn ich jetzt auf Onlyfans gehe, muss ich mich nur ausziehen, ein Foto machen und... Ja, genau, klar. Genau so läuft das, ne? Man macht ein Foto und dann ist man auf einmal beliebt und berühmt. An der Stelle... Wartet. Ich hab was vor. Lass mich kochen. Geh ran! Lea. Ja. Hast du 20 Sekunden Zeit? Ich bin grad on-stream. Ja, für dich immer. Oh. Ich brauche eine Onlyfans-Expertise und du bist meine einzige Ansprechpartnerin. Okay, du kriegst meine Onlyfans-Expertise, was willst du wissen? Okay, hier hat grad jemand behauptet, in nem Video, dass Onlyfans super einfach ist, dass man einfach nur die Nacktfotos, die man ja eh mal hin und wieder macht, einfach mal hochladen muss und dann wird man dadurch reich. Was sagst du dazu? Ist das realistisch? Äh, schön wär's. Wo sind meine Millionen, frage ich mich da? Ähm, nee, das halte ich nicht für realistisch. Äh, ist das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel harte Arbeit, erstmal auf einer anderen Plattform eine Community auszubauen, weil auf Onlyfans selbst kannst du nicht wachsen. Das ist nicht mal wie bei, hm, 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 hab, weil es keine Startseite gibt. Das heißt, du kannst da gar nicht wachsen, du musst alle von einer anderen Plattform mitbringen. Was dazu noch super schwer ist, ist, wenn du keine Filme drehen willst, sag ich mal, sondern wirklich nur Fotos machen willst, dass die Leute immer mehr wollen und du halt standhaft bleiben musst, nicht für Geld einzuknicken. Vor allem, weil sie ja von anderen Seiten und von anderen Frauen da halt so, die halt alles machen, auch anderes gewohnt sind, dann so. Toll, und das halt kostenlos, ne? Danke. Und dazu kommt, dass vieles an Geld halt im Chat verdient wird und ich selber halt nicht eine emotionale Bindung verkaufen möchte gegen Geld, das heißt, ich lade wirklich nur Bilder hoch. Und Bilder müssen halt immer kreativ bleiben und wenn man sich dann noch nichts einführt oder so, dann ist man halt sehr limitiert und begrenzt und an vielen Orten ist das natürlich auch nicht erlaubt. Ja, und dadurch ist das gar nicht so einfach und, ja, man sollte sich allen Gedanken gebewusst sein. Auch so mit Outfits und Bildbearbeitung oder Videobearbeitung, je nachdem, das ist ja auch so reine Nettozeit auch Arbeit, ne? Das ist ja nicht so, als würdest du mit deinem Handy einfach Kamera auf, Bild, direkt das Bild in Onlyfans, da schreibst du noch drunter, wie findest du das Bild und dann bekommst du 10.000 Euro, so läuft das ja nicht, ne? Nee, gar nicht. Und wie gesagt, das meiste Geld verdienst du eben durch Bewertung von den Körpern anderer oder emotionale Bindung, das bietet dich beides nicht an, dadurch lässt du halt extrem viel Geld liegen. Wenn du keine Filme machst, lässt du viel Geld liegen und man muss sich ja auch immer, also klar, das ist auch Arbeitszeit, sich zu rasieren, fertig zu machen, sich wohl zu fühlen, wenn ich meine Tage habe oder krank bin, ist das das Letzte, was ich will, dass Leute mich so sehen, sich schminken und wie gesagt, einfach der Aufbau von einer Community aus einer anderen Plattform, auf der du nicht bezahlt wirst. Ich mache ja meine Community, sammle ich ja in Anführungszeichen auf Instagram, Instagram bezahlt mir gar nichts und das ist halt die meiste Zeit, ne? Und ich glaube, das kennt jede selbstständige Person. Es ist super geil, dass ich nach Mallorca fliegen kann und da irgendwie in Club bin und das Arbeitszeit ist, aber man ist halt auch immer auf der Arbeit. Also man nimmt die Arbeit überall mit hin. So sehe ich das. Okay. Aber was guckt ihr gerade? Ähm, ein Störtepriest. Ach, sympathisch. Und der hat eine Freundin, ich wusste gar nicht, dass er mit Frauen Kontakt hat und die meinte, ähm, das ist eine ganz tolle kreative Arbeit, was er macht, also Störtepriest. Und diese Onlyfans-Frauen, ja, die, die, weißt du, mit Zeigefingern. Ich ging alles hinterher, alles hinterhergeworfen. Genau, 20.000 im Monat mit nichts zu und hat sie so mehr oder weniger gesagt. Nee, gar nicht. Die pissig, würde ich ja sagen. Nee, Spaß. Okay, du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank für deine Expertise. Das freut mich. Ich wünsche euch einen richtig geilen Scream. Ich wäre ja eigentlich dabei, aber ich bin heute mal ausnahmsweise feiern an dem Mittwoch. Ich fühle mich wie in alten Studi-Zeiten. Deswegen, ich gucke mir das im Nachhinein auf jeden Fall an. Damit hast du deinen ganzen Take mit Onlyfans, das ist viel Arbeit gerade, komplett auseinandergenommen. Super. Perfekt. Das freut mich. Danke, viel Spaß im Club. Danke, tschaui. Tschaui. So, Kinder, ja, jetzt habt ihr auch die Expertise live miterlebt. Shoutout an die gute Lea, vielen Dank dafür. So, weiter geht's, ne? Da sieht man halt, das ist nicht so viel Arbeit, jetzt ein Lied aufzunehmen oder eine CD. Ja gut, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Das ist zwar ein sehr guter Einwand, also es stimmt natürlich, wenn du jetzt so eine CD rausbringen möchtest, du musst ja erstmal ein Instrument erlernen, das kostet irrsinnig viel Zeit. Dann musst du eine Band zusammenhalten. Ne, du kannst auch einfach Rapper werden. Musst dir die Lieder überlegen. Das stimmt ja alles soweit. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass so eine Onlyfans-Creatorin keinen Stress hat, wenn die dann am Tag, was weiß ich, zehn Fotos macht. Die muss sich dann schminken oder muss dann irgendwelche... Dinger, hätte ich mal zwei Minuten weiter gehört. Aber die Frau hat ja was anderes gesagt. Also der Anruf war valid. MC, was für Saft, danke für deinen Orangensaft. Orangensaft. Aber Fakt ist halt einfach, dass das, was die macht, also viel einfacher ist, als jetzt eine CD aufzunehmen. Weil im Endeffekt geht es halt nur darum, sie muss das nur tun, sie muss sich ausziehen. Und im Endeffekt, finde ich der Meinung, stiftet halt keinen großen Wert für die Gesellschaft. Aber warum stiftet das keinen großen Wert, aber ein Rock-Song stiftet einen großen Wert? Das macht ja keinen Sinn. Beides ist Entertainment und beides ist kreative Arbeit. So. Das eine hat bestimmt eine höhere Schöpfungshöhe als das andere. Müssen wir uns nicht drüber streiten. Song ist bestimmt eine krassere Schöpfungshöhe als ein Onlyfans-Bild. So. Okay. Ja, auch nicht immer. Ja. Aber meistens. Gut. Aber trotzdem ist es Entertainment. Der eine hört halt einen Rock-Song und der andere schaut sich ein Onlyfans-Bild an. Und es macht keinen Unterschied, ja. So eine Haltung. Der eine schaut sich abends um 20.15 Uhr RTL an und der andere schaut sich eine Arte-Doku an. Okay, hat beides seine Berechtigung. Auf der anderen Seite, diese ganze Pornosucht der Menschen, das kommt ja der Gesellschaft auch nicht so gut. Und von daher hat er für meinen Dafürhalten ein Unrecht. Aber schauen wir mal. Okay, aber... Also, das ist ja nicht die Ursache dafür, dass es eine Pornosucht gibt, die Onlyfans-Creatorinnen. Das ist ja eher eine größere Hürde, in die Onlyfans, in die Pornosucht reinzuschauen, weil du dafür Geld ausgeben musst. Oder bin ich da lost? Weiter. Also bin ich zumindest der Meinung. Und dass du dann zwar Geld hast, aber moralisch oder psychisch auf bestimmte Sachen nicht klarkommst, das erschließt sich doch. Und was sich da jetzt getan hat, da gibt es ja jetzt irgendwie diese Ex-Freundin vom Unge. Also wer es nicht weiß, dieser Unge, das ist ja auch so ein YouTuber, Streamer, verdient höchstwahrscheinlich auch eine Menge Geld. Und die hat sich jetzt ins Internet gestellt und sagt halt einfach, wie schlimm diese Beziehung war. Ganz genau richtig ist es aber, dass dieser Unge zuvor ein Statement rausgehauen hat. Also wir erinnern uns, der Unge, das ist dieser Bekannte, der einen Haufen Geld macht. Und das war im Endeffekt seine Freundin. So und im Endeffekt macht er, wie man das jetzt hier sieht, auch einen Haufen Reaction-Videos. Das ist der hier mit Brille, Bart und etwas gelockten Haaren. Also so schaut der aus, dieser Unge. Das ist seine Ex-Freundin. Und jetzt haben wir folgende Problematik. Was ja auch irgendwo sehr interessant ist, dass das alles so an die Öffentlichkeit kommt. Sie wollte ein Video über ihn machen, wie schlimm die Beziehung war, wie toxisch das Ganze war. Und er ist ja dann zuvor gekommen und hat dann so ein Statement rausgebracht. Und jetzt hat sie da irgendwie einen Kanal gemacht oder hat den schon länger, 2240 Abonnenten. Und gleich 171.000 Aufrufe. So, so weit, so gut. Aber was ist denn jetzt das Problem in dieser heutigen Zeit? Ja, das Problem ist, dass heute jeder an die Öffentlichkeit gehen kann und den anderen zu Fall bringen kann. Indem er dann einfach intime Sachen öffentlich macht. Und darum ist für mein Dafürhalten, diese Person wieder selber schuld. Meine persönliche Meinung. Und ich finde sie viel schlimmer als den Unge selbst, weil sie das öffentlich macht. Und jetzt kann man sich eine Frage stellen. Aber Unger hat ja auch direkt ein paar Dinge öffentlich gemacht, sehr intime Sachen und private Sachen. Aber das ist in Ordnung, weil es ist der Mann, Freunde. Es ist der Machen. Wie siehst du das, Leni? Also ich sehe das halt einfach, der hat das rausgebracht, der wollte ihr zuvor kommen. Weil für mein Dafürhalten ergibt das einfach keinen Sinn. Er hat damit ihr Schluss gemacht und hatte dann, glaube ich, eine neue und dann nochmal eine neue, bei der er jetzt so gesehen ist. Warum sollte er jetzt gegen sie noch nachtreten, wenn sie doch gar nicht in der Öffentlichkeit großartig steht? Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber es wird für mich Sinn ergeben, wenn er die Lunte gerochen hat, dass die... Ja, er hat auch die Lunte gerochen, aber er hätte ja trotzdem keine persönlichen Sachen veröffentlichen müssen. Er hätte auch einfach das Ganze allgemein halten können, ne? ... jetzt dann ein Video gegen ihn produziert oder rausbringen wird, dass er dem Ganzen zuvorkommen wollte. Oder wie siehst du das? Also jetzt ohne für eine Seite Partei zu ergreifen, aber ich denke halt auch, dass er das gemacht hat, weil er sich schützen wollte. Weil anders macht das keinen Sinn. Also wäre ich jetzt YouTuber? Ich hätte ja gar keinen Grund, jetzt über meinen Ex-Partner zu sprechen. Außerdem hatte er schon eine neue Freundin. Finde ich jetzt halt, macht keinen Sinn. Deswegen glaube ich halt schon auch, dass es von ihrer Seite ausgeht, wenn man jetzt das so logisch betrachtet. Ja, logisch betrachtet. Es waren ja auch noch ein paar Tweets zwischendrin und so. Also mir ist es relativ egal, wer sich zuerst öffentlich dazu äußert. Also es macht für mich jetzt eigentlich relativ wenig Unterschied. Es geht am Ende des Tages um die Inhalte. Aber gut. Betrachtet muss man auch dazu sagen, der Unge hat so gut wie nichts zu verlieren, weil er kann sich die Frauen aussuchen mit seinem Status. Aber sie hat alles zu verlieren, weil am Ende... Nee, also tatsächlich hat sie nicht alles zu verlieren, weil sie ja trotzdem eine Frau mit Wert ist. Ich weiß, das ist ein krasser Call, aber Rachel ist ja eine Frau, die tatsächlich selbstständig, kreativ, selbstbewusst, mutig, feministisch und x andere Charaktereigenschaften ist. Und eigenständig leben kann, sich eigenständig einen neuen Partner suchen kann. Und ich glaube, die Frau hat durch ihr, was sie halt ist und wer sie ist, genug Auswahlmöglichkeiten bei Männern. In der Fakt, wie lange war die auf Mandera? Ich glaube, irgendwie zwei Jahre. Da ist halt auch die Frage, was hat sie da gearbeitet? Und wer hat das alles finanziert, ihren ganzen Lebensstil? Könnte ich mir schon vorstellen, wie das gelaufen ist. Ja, bestimmt hat Unge fast alles bezahlt, da müssen wir uns nicht drüber streiten, aber sie ist ja auch für ihn nach Madeira gezogen dafür. Also, also, wisst du, ich meine, sie hat ja ihren Job aufgegeben für ihn. Das ist ja quasi das Commitment oder das ist die, das ist, das ist das, was, wie das quasi läuft. Also, sie hätten auch eine Fernbeziehung führen können und dann wäre sie in ihrem Job in Berlin geblieben. Ich denke mal, auf Madeira gibt es nicht so viele Jobs, was ist sie, vielleicht Grafikdesignerin oder so wegen dem Tablet? I don't know. Wenn er dann sagt, ich mache jetzt mit dir Schluss, weil die Beziehung wird einfach zu anstrengend, dann muss sie ja wieder zurück nach Berlin oder wo sie auch immer herkommt. Ich glaube, Berlin war es. Und dann muss sie ja praktisch wieder eine Wohnung mieten und für ihr Geld arbeiten gehen. So könnte ich mir das vorstellen. Ja, und jetzt hat sie ihren Job verloren. Würde ich mich mal interessieren, ob Stoltebriest das gerecht findet. Ich glaube halt, dass sie da viel mehr zu verlieren hat, wie der Unge selbst. Pharmazeutisch-technische Assistentin. Okay, was machen die? Und dass das auf jeden Fall schon ein mögliches Motiv ist. Und warum sollte er jetzt gegen die nachtreten, wenn er schon Schluss gemacht hat? Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Außer er hat halt eben, wie gesagt, diese Lunde gerochen und wollte dem Ganzen zuvorkommen. Es ist okay, aber bei Frauen ist es nicht okay. Warum sucht sie sich den Unge denn aus? Und überlegt euch mal, warum er gerade so breit getreten hat, dass Unge der erfolgreiche, große Streamer und YouTuber ist und sie die kleine, unbekannte Freundin. Weil jetzt kann er ihr locker unterstellen, ja, sie will sich nur an Fame hochziehen, an Geld hochziehen, bereichern und so weiter und den großen YouTuber zu Falz bringen, um quasi... Im Endeffekt, sie hat alles zu verlieren. Der Unge hat kaum was zu verlieren. Da geht es jetzt nicht, ob sie jetzt Fame abgreifen will. Aber es ist nicht eigentlich genau andersrum. Er hat alles zu verlieren, sie hat gar nichts zu verlieren, weil sie ja eben unbekannt ist. Gut, jetzt hat sie alles verloren, also nicht alles, aber viel verloren, aber ähm... Also eigentlich haben beide was zu verlieren, nämlich ihren Ruf, ne? Ich glaube halt einfach, dass ihr schönes Leben damit erstmal zu Ende ist. Also den Thron zu steigen. Ja, das ist sowieso vorbei, aber ihr schönes Leben hat nicht immer nur was mit Geld und Madeira zu tun. Und man kann auch ein tatsächlich sehr schönes Leben in Deutschland führen. Das ist möglich, habe ich mir sagen lassen. Bitti, kein Soundbot in YouTube-Videos, nur im Stream. Ich habe schon längst aufgezeigt und wenn du mal ein bisschen recherchieren würdest, würdest du merken, dass sie überhaupt kein Interesse hat an dieser öffentlichen Aufmerksamkeit. Sonst hätte sie, ähm, nicht ein Jahr nicht mehr gestreamt, sonst hätte sie... Naja, wenn sie kein Interesse an der Öffentlichkeit hat, warum stellt sie sich dann jetzt hin? Sie präsentiert sich ja jetzt. Klar hat sie jetzt... Oh. Ich kann das nicht mehr, Chad. Ich kann das nicht mehr. Sie stellt sich dahin, weil sie keine andere Wahl hat. Weil sie keine Wahl hat. Unge hat über sie öffentlich Sachen erzählt, die sie nicht für gerecht findet. Was soll sie anderes machen an der Stelle? Sagt es mir. Sagt es mir. Vielleicht keinen eigenen YouTube-Kanal oder so, aber für mich sieht es so aus, als wäre sie verletzt und möchte ihm jetzt schaden. Naja, YouTube-Kanal. Ja, sie will tatsächlich ihren Ruf reinwaschen. Hat sie ja da, wo sie das rausgebracht hat im Endeffekt. Ach so, aber... Ja, und darauf wird sie sehr wahrscheinlich nichts mehr hochladen in nächster Zeit. Da ist sie ja nicht so aktiv, also das meinte ich damit. Also, ja, also das Video hat halt jetzt sau viele Aufrufe, aber von ihren Abo... Ja, weil sie gepusht wurde von Alplali. ... und so schaut es jetzt auch nicht so großartig aus. Also ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt in Zukunft eine große YouTube- oder Streaming-Karriere machen wird, sagen wir es jetzt einfach mal so. Oh Mann, ey, so lange haben wir nicht was in der Labern, Alter. Alter Hydra, LLL, danke für den Sub im zweiten Monat. Let's fucking go, vielen, vielen Dank für den Big Support. Du bist die allerbeste Person auf diesem Planeten. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich glaube eher, die hätte gern dieses Leben, was sie da hatte, aber dass sie möglicherweise extrem kompliziert war, sodass der Mann dann irgendwann mal die Handbremse gezogen hat. Oh, woher willst du das wissen, störter Priest? Warum, woher willst du das rühren, dass sie kompliziert war und der Mann deswegen die Handbremse ziehen musste? Warum ist es nicht möglich, dass auch mal ein Mann einen Fehler macht? Ich check das nicht. Ich bin ein Mann und ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Beziehungen kaputt gehen, weil der Mann rein scheißt. Ist einfach so, ja? Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das so von meinem Gefühl, was ich höre aus meinen Kreisen und so, sage ich ehrlich, sind Männer viel öfter der Trojaner. Wäre jetzt meine Interpretation, die wohl jetzt logisch wäre, oder? Also sie muss ja nicht mal unbedingt einen schwierigen Charakter gehabt haben. Er kann einfach sich was anderes vorgestellt haben oder für sein Leben sich einfach nur eine andere Frau mit anderen Charakterzügen gewünscht haben oder auch festgestellt haben, das ist doch nicht das, was er möchte. Und das ist ja auch alles okay. Ja genau, aber im Endeffekt wird sie halt schwerer haben wie er, weil er halt einfach den Status und die Kohle hat und sie nicht. Das muss man halt ganz ehrlich so sagen. Also ich denke auch, wenn sie jetzt Status hätte, Geld oder so oder auch einen neuen Mann an ihrer Seite, der gut verdienen würde, hätte sie es jetzt nicht nötig, noch ihrem Ex nachzutreten. Genau. Bro, wenn sie Geld oder einen Mann mit Geld hätte oder Status, dann hätte sie es nicht nötig, ihrem Ex nachzutreten. Bruder, der Ex hat angeblich Scheiße über sie erzählt und sie versucht jetzt das reinzuwaschen und den Menschen zu erzählen, was Unge ihr angetan hat. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn jemand Unrecht erlebt, dass wenn jemand Scheiße erlebt, vor allem von einer Person des öffentlichen Lebens und es privat nicht sich klären lässt, dass man da auf jeden Fall die Berechtigung hat, andere Menschen vor dieser Person zu warnen und öffentlich zu sagen, okay, diese Person ist nicht die, für die sie sich ausgibt. Fertig. Genau, so sehe ich das halt auch. Hat sie überhaupt irgendwelche Internetpräsenz gehabt? Warum braucht man dafür einen Mann, der Geld hat? Warum kann man nicht selber irgendwas erreichen als Frau? Sie quasi nicht hat nur Twitter und Instagram und das nicht monetär. Also, das macht überhaupt keinen Sinn, ihr das in die Schuhe schieben zu wollen, wenn sie daran offensichtlich überhaupt kein Interesse hat. Und hinterher beschwert sie sich, er hätte da irgendwie mit seinem Fame, mit Geld und so weiter geflext. Aber warum nimmt sie denn nicht, die kommt doch aus Deutschland. Mit einem ganz normalen Mann, der normal in die Arbeit geht, warum muss das dann im Endeffekt wieder so ein Höhergestellter sein? Er checkt's. Ja, Digga, der Typ da links unten in der Ecke ist so ein fucking geiler Typ, Digga. Based as fuck. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er ist höhergestellt, weil er ein bisschen Geld verdient. Ja, sauber. Bro, es ist auch ein Mann. Du kannst dich auch in einen Menschen verlieben, der mehr Geld hat, der hübscher ist, der einen krasseren Job hat. Alles, das geht, ja, das ist möglich. Du musst dich nicht nur daran in den verlieben, weil du mehr Geld hast, sondern du kannst dich auch einfach in den verlieben, weil du seine Art magst. Weil, ja, als Mensch... Also, keine Ahnung, das, wenn ich mir reinziehe, man merkt da einfach diese Unwissenheit und auch diese ganzen Kommentarschreiber da, was die da alles da labern. Die meinen, sie sind super schlau, aber die begreifen allesamt überhaupt. Die sind fucking schlau. Mein Chat ist der Best auf ganz Twitch, Digga. Da sind die geilsten Motherfucker, die auch am meisten Ahnung haben. Ihr seid Base da draußen. Nix, wie es wirklich abläuft. Ja, vielleicht stört er sich auch an deiner harten Ausdrucksweise, aber im Endeffekt ist es schon so, dass man Leute datet, die auf der gleichen Stufe sind oder höher gestellt auch als Frau. Ob das jetzt einem gefällt oder nicht. Also, ich bin keine Frau, ja. Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Romantiker. Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Romantiker, aber ich bin der Überzeugung, dass es relativ egal ist, was für einen Status die andere Person hat. Mir ist es fucking egal. Keine Ahnung, ob ich einfach nur ein Idiot bin, vielleicht bin ich ein naiver Bastard, aber ich bin der Überzeugung, dass es einfach nur keine Rolle spielt. Und es gibt bestimmt viele Frauen da draußen, die einen reichen, einen attraktiveren Mann haben wollen, also einer, der attraktiver ist als sie selbst, der höher gestellt ist, der beruflich erfolgreicher ist. Die gibt es bestimmt, ja. Aber das ist auf keinen Fall eine Regel, die man verallgemeinern kann. Real Talk. Es ist halt im Endeffekt zu 90 Prozent so. Da hat sich doch dieser Klaus Thiele mal die Arbeit gemacht und hat diese ganzen Studien da alle zusammengetragen. Wenn ich da reinschaue, da in dieses Literaturverzeichnis, bitte auf keinen Fall auf Augenhöhe. Was steht da alles? Sozialer Status bei Männern ist sexy. Frauen lieben männliche Dominanz. Hier, die Großen, die Reichen und die Mächtigen. Und da sind dann auch die Artikel da verlinkt. Wenn man das dann hier anklickt, kann man sich das hier alles reinziehen. Man kann sich das auch übersetzen lassen. Hier zum Beispiel, das ist zwar der Aspekt der Dominanz eines Partners finanziell bei Frauen. Da steht schwarz auf weiß und wer das nicht glaubt, der kann sich da die ganzen Studien reinziehen. Da hat er alles verlinkt. Da kann man auch schauen, hier die Großen, die Reichen und die Mächtigen. Ich weiß nicht, was ich von der Seite halten soll. Wenn da oben Red Pill und toxische Männlichkeit steht und das quasi verteidigt wird, dann frage ich mich da erstmal, was das für Studien sein sollen. Also das müsste ich ja erstmal genau überprüfen, mein Allerbester. Und wollen keine netten Männer. Hier zum Beispiel, weibliche Ratten bevorzugen Männchen mit sozialem Status. Das ist immer dieser Status. Hier reiche Männer und attraktive Frauen. Frauen achten bei Männern eher auf das Einkommen. Und Männer schauen bei Frauen eher auf die körperliche Attraktivität. Diese Geschlechtsunterschiede bleiben in Ländern mit größerer Gleichberechtigung nahezu konstant. Keine Ahnung, vielleicht ist es so. Keine Ahnung, bei mir ist es nicht so. Kann sein. Kann sein. Aber auch wenn das... Angenommen, wir gehen mal davon aus, dass es beim Großteil der Frauen so ist. Heißt das nicht, dass es bei einer Rachel so ist? Weil es muss ja... Es kann ja nicht jeder so sein. Das ist ja nichts, was bei jedem in uns verankert ist. Zum Beispiel bei mir ist es umgekehrt. Ich müsste ja dann eher auf äußere Attraktivität stehen. Natürlich finde ich attraktive Frauen attraktiv. Wer hätte das gedacht? Aber ich bin zum Beispiel extrem sapiosexuell. Und mir ist es wichtig, dass meine Frau mindestens genauso schlau ist wie ich. Bitte sogar noch schlauer, also intelligenter. Und beruflich erfolgreich. Oder sportlich erfolgreich. Oder wissenschaftlich erfolgreich. Wer das halt nicht glaubt, da hat er die Studien da alle verlinkt. Die kann man sich da alle reinziehen. Und da kann er jetzt drüber witzeln und lachen und dieser komische Chat schreiben, was er will. Aber im Endeffekt wirst du... Der komische Chat? ...die Natur halt nicht anders erziehen können, weil das in uns so drin ist. Ja, ich sehe das halt auch so, dass es halt natürlich gegeben ist, ob man das jetzt mag, gut findet oder nicht. Es ist, wie es ist. Es besteht halt so eine Dynamik. Ja, ich sage auch nicht, dass das bei jeder Frau so ist oder bei jedem... Aha, aber warum bei Rachel dann? ...menschen gleich sein muss, aber der Großteil, da ist es eben schon so. ...cool ist oder so, ne? Das ist tatsächlich möglich. Ich weiß, das ist schwer vorstellbar, aber es geht. Das ist das, was die meisten nicht verstehen, dass es den meisten Frauen um diese Hypergamie geht. Dass man immer einen braucht, der einen höheren Status hat. Aber es ist halt einfach schon so, dass Männer mit Status Frauen mehr imponieren. Und hinterher? Das ist im Durchschnitt bestimmt der Fall. Also nicht umsonst sind Männer, die irgendwie erfolgreich sind oder... Was? ...der, sagen wir einfach mal erfolgreich sind, beliebter. Das ist nicht bei jeder Frau so. Aber was ich bei dem Salami nicht kapiere, der hat doch gerade sich darüber lustig gemacht. Also aufs Übelste. Und jetzt sagt er selber, dass... ...blablablabla, dass sie unbedingt einen reichen Typ haben wollte. Dass du das einfach auf sie beziehst. Bestimmt ist es bei vielen so. Kai, also es ist so, macht doch keinen... Es ist doch nicht, kommt doch nicht von irgendwo her, dass alle Frauen Tom Holland ficken würden, wenn es gehen würde. Ja? Wenn der den nackten Mann spielen würde, dann wären alle Frauen auch auf einmal nackt. Oder nicht alle, aber 90% mit Sicherheit. So. Egal, ob in der Beziehung oder nicht. So, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, aber dass er das ausgerechnet auf sie bezieht. Und weiß, dass... Nur weil es bei manchen Frauen auf jeden Fall der Fall sein wird. Bei ihr auch ist, dass sie sich Unge ausgesucht hat, weil er reich und berühmt ist. Und sonst irgendwas. Macht keinen Sinn. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist Küchenpsychologie. Wer ist Tom Holland? Der Spider-Man-Schauspieler. Was wahrscheinlich doch so ist, dass Männer mit Status da bei den Frauen beliebter sind. Was ergibt denn das jetzt für einen Sinn? Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber erst sagt er so und jetzt widerlegt das wieder komplett. Ja, es sieht halt so aus, als würde dieser Widerspruch in ihm auch so aufbrodeln. Er wird es... Also er versteht den Grundsatz, aber er will es nicht wahrhaben, glaube ich. Im Durchschnitt stimmt das, aber das hat ja nichts damit zu tun, was ihr widerfahren ist. Oder dass sie sich ausgerechnet ihn ausgesucht hat. Siehst du ja nicht, er hat sich gesagt, ich brauche jemanden, der extrem reich ist und erfolgreich. Ja, dann suche ich mir mal Unge. Sondern sie hat ihn vielleicht... Nee, die hat sich den bestimmt nicht ausgesucht, weil er irgendwie einen gewissen Status auf YouTube hatte. Sondern einfach nur, weil er so hübsch ist und weil er so nett ist, oder? Das ist doch alles Bullshit, was der Salami da redet. Okay, Störtebriest, warum wollen Frauen dann zum Beispiel mich? Ja, bestimmt wollen weniger Frauen mich als Unge, aber es gibt tatsächlich Frauen da draußen, die würden mich gerne daten. Ich wurde jetzt erst wieder beim letzten Clubbesuch angesprochen. Warum? Ich habe keinen Status, keine Berühmtheit und kein Geld. Was wollen die von mir? Frage ich mich. So, sag's mir. Das glaubt der Doc selber nicht, oder? Sind das dann die Ausnahmen, oder wie? Ja, es kann so sein, aber... Also alle Studenten, alle Auszubildenden, alle in der Schule, die sind dann wertlos. Ich sehe es halt auch so, dass sie eher beeindruckt war von dem Status und wahrscheinlich hat sie ihn auch durch YouTube gekannt. Ja, genau. Und da ist dann auch interessant, wenn jetzt einer, der genauso ausschaut wie der Unge und der hat jetzt den Status nicht, wenn der sie dann anschreibt, ob sie dann den auch gleich datet und sowas. Es gibt andere Sachen, die eine Person auszeichnen, außer Status und Aussehen. Da gibt es noch andere Sachen dazwischen. Charakter, Witz, Humor, die Art, Kommunikation, Intelligenz. So, ich kann mir vorstellen, wie das ausgeht, aber schauen wir mal. Vielleicht angeschrieben, weil er attraktiv aussah, weil sie den Streams gefeiert hat oder weil sie ihn als Person... Also ich möchte an der Stelle nicht sagen, der Unge ist hässlich und so, aber ich weiß jetzt nicht, ob es der attraktive Mann ist. Oder ist der für dein Dafürhalten attraktiv? Also ich finde ihn jetzt nicht attraktiv, aber ja... Irgendwie, ich mochte... Okay, danke für den Beitrag. Das hat überhaupt nichts zu heißen. Wo es dann nicht mehr läuft, weil er wahrscheinlich eine andere hat, wird dann Schmutzwäsche öffentlich gewaschen. Und das zeigt für mich, dass sie einen sehr schlechten Charakter hat, einen schlechteren Charakter wie dieser Unge selbst. Bro. Digga, wie... Mir fehlen die Worte, wirklich. Digga, du hast überhaupt keine Ahnung von ihrem Charakter. Nur weil sie quasi sich wehren will gegen seinen Tweet. Naja, man kann da schon festhalten, dass das jetzt nicht gerade charakterstark ist, wenn man mit so einem Video in die Öffentlichkeit geht, oder? Und vorher hat es ja da auch schon so über Twitter oder X, wie es jetzt heißt, auch schon gegen ihn geschossen. Okay, aber wenn du eine Ungerechtigkeit siehst und die Möglichkeit hast, das aufzudecken und andere Menschen aufzuklären über eine Person, die dir extremes Leid angetan haben könnte, dann ist es doch gar nicht so schlecht, das den Menschen zu erzählen, oder? Stark davon aus, dass du das Video... Guck mal, wie wenige Leute über Till Lindemann Bescheid wussten und jetzt wissen sie es besser, ja? Jetzt können sie sich vorbereiten und Abstand bewahren von diesem Menschen. So oder so gemacht hätte. Oder weil sie auch einfach sagen will, was sie widerfahren ist, weil sie da ein Geltungsbedürfnis hat, weil sie das an die Öffentlichkeit bringen will, hat sie keinen schlechten Charakter. Also vielleicht hat sie einen schlechten Charakter, ich weiß es nicht. Störte Priester. Was denkst du so zum Charakter? Also ich finde das halt immer schwierig, wenn eine Beziehung endet, egal welche Seite, ob männlich oder weiblich, wenn man danach die Schmutzwäsche öffentlich wäscht. Weil wenn hier wirklich was angetan worden ist, also zumindest bei mir, wenn mir jemand was antut, auch während einer Beziehung mich schlägt oder so, ich eine gebrochene Nase habe, dann würde ich zur Polizei gehen und den anzeigen und sie scheint jetzt auch eine starke Persönlichkeit zu sein, weil sie sich auf YouTube traut und das alles erzählt. Also traue ich halt dem nicht so, ob da jetzt wirklich so viel Schlimmes passiert ist oder nicht. Für mich sieht das halt so aus, als wäre sie verletzt gewesen, weil sie auch so Kommentare im Vorfeld schon geschrieben hat. Und jetzt will sie es ihm so öffentlich nochmal reinreiben. So sieht das zumindest für mich aus. Genau und deswegen auch das Statement, weil er sich dachte, oh oh oh, das wird jetzt heiß, jetzt muss ich da irgendwie gegenlenken und das vielleicht vorher dann noch so in so eine Richtung biegen oder so, dass der Schütztarm nicht so krass ausfällt. Aber hat im Endeffekt auch nicht geklappt, oder? Weiß nicht, ihr wisst alle. Ja, sie hat recht. Sie hat recht, sorry, es ist mein Fehler. Nur wenn ihr eine gebrochene Nase habt, dürft ihr euch dagegen wehren. Ihr dürft euch nur mit Hilfe der Polizei wehren, auf keinen Fall dürft ihr das öffentlich machen. Ja, stimmt. Wenn jemand euch Scheiße, mit Scheiße bewirft und euch Unrecht tut und euch Kacke behandelt oder so, dann geht bitte nur zur Polizei und macht sonst nichts dagegen, genau. Ja, alles klar. Super. Oder nicht. Keiner weiß es außer sie und ihre Ängsten. Weil ja viel behauptet wird, dann werden so Screenshots, intime Screenshots eingeblendet und sowas gehört sich einfach nicht. Du hast immer die Möglichkeit, wenn das dann nicht mehr läuft, weil sich jemand nicht gut verhält, dass du das dann einfach beendest, dass du einfach gehst, dass du das mit der Person offline klärst. Und sobald du das jetzt online machst, spring doch jetzt von diesen 171.000 Aufrufen einen Haufen Menschen da drauf auf und diskutieren über Sachen, obwohl sie selber gar nicht... Tatsächlich muss man sagen, das ist die einzige Sache, die man Rachel ein bisschen vorwerfen kann. Dass sie halt quasi hin und wieder so Sachen repostet hat auf Twitter oder quasi kommentiert hat, getweetet hat, so ein bisschen Richtung Unge geshootet hat und das quasi halt einfach nicht so, also nicht richtig losgelassen hat. Das könnte man ihr vorwerfen. Ja gut, aber wenn sich die jetzt auf die Seite von diesen Unge-Hatern schlägt, so höre ich das halt jetzt heraus, wenn sie gegen den geshootet hat und sowas, sagt einem das? Ja, dass sie verletzt ist oder wütend. Und da stellt sich mir halt auch die Frage, ob der Unge dann jetzt einfach aus dem Nichts da ein Statement geschrieben hat in schriftlicher Form und dann kam eben dieses... Ja, also sie ist bestimmt verletzt und enttäuscht und wütend, also das mit Sicherheit, ne? Das Video ergibt das Sinn für dich, vor allem auch, dass die vorher da schon geschossen hat? Nein, also für mich, wie gesagt, sieht das auch so aus, als würde er versucht haben, das im Vorfeld abzuwenden, den Schaden, aber ja, hat jetzt leider nicht so geklappt. Ja, was heißt leider? Mir ist der Unge eigentlich auch scheißegal. Ich möchte das einfach nur analysieren, wie die alle so ticken und wie das, was da jetzt in nächster Zeit noch auf uns zukommen wird. Da wird der praktisch, das ist ja schon wie eine Vollüberwachung. Jeder hat sein Handy, jeder hat dokumentiert, was du irgendjemand schreibst oder was du mal gesagt hast. Da muss der aufpassen, dass du nicht aufgenommen wirst und dann wird alles gegen dich verwendet. Wie so eine Vollüberwachung, so kommt es mir vor. Ja, das finde ich eben auch schwierig und ich glaube halt, jeder von uns macht mal Sachen, die nicht so cool sind, da könnte man über jeden sowas ausgraben und veröffentlichen und das ist halt nicht richtig. Genau und das ist eigentlich der Punkt von dem ganzen Video. Mir ist der Unge scheißegal und mir ist sie scheißegal. Das Hauptproblem ist einfach, dass alles, was jemand gemacht hat, ob er jetzt mal eine Katze angeschrien hat oder so, das wird dann vor ganz vielen Leuten ausgetragen. Und du hast dann lauter Verrückte, die dann darauf aufspringen und da irgendeine Partei ergreifen. Und das ist nicht richtig, auch da jetzt mit dem Vorfall auf Sylt, da wo die ja das gegrölt haben, diese hirnlose Parole. Aber im Endeffekt, dass die dann so fertig gemacht werden, ihre Jobs verlieren, das dürfte eigentlich nicht sein, dass die mal betrunken da irgendeinen Fehler gemacht haben. Das ist komplett überzogen, sodass sich da auch der Bundeskanzler zu Wort meldet und das beschreibt die Zeit doch ganz gut. Ja, das ist tatsächlich überzogen. Bis auf den letzten Typen mit dem Führergruß. Bei dem finde ich das eigentlich relativ gerechtfertigt, dass er da seinen Job verloren hat. Allerdings, was hat der nochmal zu Rachel gerade gesagt? Habe ich wieder vergessen. Was hier ihrer Enttäuschung Luft gemacht hat, finde ich jetzt nicht so problematisch. Man kann auch drüber sprechen, dass es nicht in Ordnung war, die Screenshots einzublenden. Zumindest zum Beispiel auch das mit dem Kissen und so. Kann man auch drüber sprechen, verstehe ich auch, wenn man das sagt. Trotzdem ist es kein Grund, dass sie schlimmer ist als Unge. ...dabei waren. Und auch so diverse Screenshots, die können aus dem Zusammenhang gerissen worden sein. Ja, das stimmt. Aber da gab es eigentlich nicht viel Kontext, die waren schon alle sehr eindeutig und in sich schlüssig. Warum geht es ihr dann? Ne, die waren eigentlich nicht eindeutig, weil es mag ja sein, in der Situation in sich schlüssig. Aber du weißt ja nicht, was jetzt diese gute Frau Stunden davor oder einen Tag davor gemacht hat. Stimmt, ja stimmt. Dann ist natürlich, wenn sie einen Tag davor auch mal gemein war, dann ist das natürlich ein Grund, angeblich sie umzuschubsen und andere noch schlimmere Dinge zu machen, die Rachel nicht weiter benannt hat. Klar, ja, stimmt. Und daher, so meine ich das ja mit dem Screenshot, kann ja sein, er hat sich so verhalten, aber du weißt ja nicht, was dem Ganzen vorausgeht. Wenn da was vorausgehangen wäre, dann hätte Unge das bestimmt gesagt. Nicht einfach, warum musst du das öffentlich austragen? Ich möchte in die Tischplatte beißen. Was hält dich auf? Und ihr merkt schon, dass das jetzt in der heutigen Zeit immer mehr in diese Richtung geht. Und da muss man sich ja fast schon dreimal überlegen, ob man sich überhaupt eine Freundin anlacht. Vor allem nicht, wenn man erfolgreich ist. Und das ist auf jeden Fall auch ein Dilemma. Wenn du nämlich nicht erfolgreich bist, wenn du keinen Status hast als Mann, was kriegst du denn dann auf den Datingmarkt? Und wenn du Status hast? Du bekommst nur die scheiß Aktien, weil Frauen sind Aktien, falls du noch nicht wusstest. Ich muss dringend erfolgreich werden, damit ich auch die Models abbekomme und nicht nur die normalen Frauen. Normale Frauen, das geht mir aus den Augen. Dann kriegst du zwar sehr viele Frauen, aber was ist, wenn du dann mit einer zusammen bist und du hast dann auf die keinen Bock mehr? Okay, ich muss Telefonjoker machen. Wen habe ich da angerufen? Wen habe ich da angerufen? Das ist das Beispiel für euch. Ich brauche Telefonjoker. Ihr könnt mir das glaube ich nicht beantworten. Oder ist jemand von euch Fußballexperte? Chat, ist jemand von euch Fußballexperte? Ja. Man hört dich. Ja. Wie heißt nochmal dieser eine englische Fußballprofi? Ich glaube bei Arsenal, aber kann auch sein, dass er nicht da spielt. Der wirklich krass ist, krass gehypt. Ja, aktuell. Ne, der hat eine Freundin und dafür wird er gehatet, weil die ist ein bisschen fülliger. Ah, Declan Rice, Declan Rice. Danke, supi, das war's schon. Ja, bitte. Ciao. Declan Rice ist nämlich mein Beispiel. Declan Rice Freundin. Also Declan Rice ist einer der gehyptesten und besten Fußballer unseres Jahrzehnts. Und seine Freundin wird von vielen als hässlich betitelt. So sieht die gute Frau aus hier. Das ist seine Freundin und er ist halt, er hat alles. Er hat Millionen auf dem Konto. Er sieht eigentlich ganz stabil aus. Jetzt auch kein Model, aber viele sagen halt, seine Freundin ist dick und hässlich und so. Und ja, beleidigen die halt von dem Internet, dass sie halt viel zu hässlich ist und halt kein Model ist für ihn. Und genau. Ja, er hätte, er steht zu ihr, er sagt übrigens, das ist seine Traumfrau, das ist die schönste Frau, die er je getroffen hat. Und er liebt sie über alles. Sehr süß. Wirklich eine super süße Geschichte. Er hat ein krasses Date mit rausgehauen und sie so voll verteidigt. Und das zeigt ja eigentlich ganz gut, dass Status und Liebe auch manchmal Sachen sind, die nicht zusammenkommen. Also er hat checkt, sind und fallen nicht, gell? Das ist ja, was er jetzt gerade bewiesen hat, das ist die Hypergamie, hat er jetzt gerade bewiesen. Dass auch Frauen, die nicht so gut ausschauen oder die keinen hohen Status haben, am liebsten Männer daten oder haben wollen, die einen hohen Status haben. Und dass sehr viele Männer eben nicht so oberflächlich sind und oberflächlich denken. Und wenn diese Frau jetzt nicht so schlampig unterwegs ist und dann einen hohen Bodycount hat und so, dann spricht er da auch nichts dagegen. Über Geschmack kann man sich streiten und wenn sie ihm gefällt, ist das in Ordnung. Aber das bestätigt doch die Hypergamie oder nicht? Ja, also ich sehe das auch so. Ihm gefällt es halt, vielleicht steht er auf Kurven, das ist halt sein Geschmack, aber es sagt ja nichts aus eigentlich. Ja, also es sagt ja eigentlich genau das aus, was ich immer sage oder wie es halt wirklich ist mit der Hypergamie. Dass er im Endeffekt auch eine Frau, die im Endeffekt... Ne, was ich damit sagen wollte ist, dass manchmal auch einfach die Liebe über diesen ganzen Äußerlichkeiten steht. Dass geschlechtsunabhängig Geld, Macht, krasse Statussymbole einfach auch nicht immer alles sind und der ausschlaggebende Punkt für eine Beziehung. Manchmal ist es einfach Liebe. So, supi. Nur Supermarktverkäuferin ist und ich möchte jetzt hier keine Supermarktverkäuferinnen schmälern, aber die wollen ja dann auch am liebsten den von Fifty Shades of Grey, wenn er ein Milliardär ist am liebsten, und dann das Leben aufgeben, den Job kündigen und dann am liebsten auf eine Insel ziehen. Es ist halt eben so. Und das ist ja auch so, dass selbst bei einer Supermarktverkäuferin jetzt ein Mann, der normal verdient, oft gar keine Chance hat. Und dass die dann schon wieder sich einen suchen möchte, der schon wieder viel höher gestellt ist oder nicht. Und das zeigt ja diese Hypergamie, das hat er jetzt ja perfekt aufgezeigt. Jetzt das andere Beispiel, wie oft kommt es vor, und wir reden jetzt nicht von den Ausnahmen, dass jetzt eine Frau super bekannt ist und erfolgreich ist. Nehmen wir einfach mal Taylor Swift her. Und dass die jetzt einfach mal einen normalen Kfz-Mechaniker datet. Wie oft... Claudia Obert. Claudia Obert ist extrem erfolgreich und hat einen normalen Typ. Kommt das vor, oder wann passiert das? Wenn man bei dieser Taylor Swift schaut, was die für einen Männerverschleiß hatte, also mit wem die alles zusammen waren, das waren ja alles so mega, alpha, giga... Männerverschleiß einfach. Jetzt sag ich jetzt mal, da wo der normale Mann gar nicht mithalten kann, lauter so Sportprofis und so weiter, oder wie siehst du das? Also er verarscht sich da gerade selber im Endeffekt. Ja, eigentlich schon, also ich kann da auch nicht mehr dazu sagen, er... Warum plappert sie ihm eigentlich alles nach? Er fängt immer an zu reden und fragt, und wie siehst du das? Und sie sagt einfach genau das Gleiche. Lass sie mal anfangen, ich will mal sehen, wie sie dann rudert. Ja, oder findest du nicht, dass dann bei so bekannten Frauen, dass das dann immer der Sportler sein muss, oder welche bekannte Frau hat denn da so einen Normalo? Keine, weil die Frauen oder auch die Prominenten, die daten halt in ihrer Klasse, so hart das klingt. Außer Männer halt, aber so erfolgreich... Warum denn außer Männer? Die meisten Männer daten auch in ihrer Klasse da oben. Frauen, vielleicht gibt es da auch so Ausnahmen, aber ich kenne jetzt so aus dem Stegreif jetzt keine, oder? Also mir fällt da auch keine ein. Ja, wenn du jetzt dann nur mal Heidi Klum nimmst, mit wem war die alles zusammen? Mit Flavio Briatore, jetzt mit den Kaulitz-Brüdern, die waren ja auch erfolgreich, wahrscheinlich noch am wenigsten erfolgreich, wie jetzt zum Beispiel ein Ziel oder so. Aber im Endeffekt waren ja das alle Superstars. Wann hat die Heidi Klum irgendwie den Mechaniker von der Garage nebenan gedatet? Also anstatt, dass er mich wieder legt, bestätigt er meine Thesen eher noch. Ja gut, es gibt schon so Ausnahmen, aber die fallen halt aus der Reihe. So wie Britney Spears, die damals ihren Tänzer gedatet hat und so, aber das ist ja nicht die Regel. Ja, aber ist sie mit dem jetzt zusammen? Ist sie mit dem verheiratet? Nee, aber ich sage nur, es gibt halt schon Ausnahmen, aber zu 90 Prozent ist es schon so, wie du es sagst. Und man kann das dann nicht runterreden. Aber auch bei der Britney Spears, der Tänzer, der wird wahrscheinlich immer noch mehr verdient haben, als jetzt so ein Normalo, der normal in die Arbeit geht, glaube ich jetzt mal. Ja. Ja gut. Braucht ihr nur was in der Öffentlichkeit? Ja okay, aber es ist ja trotzdem doch das Machtverhältnis, oder? Also, Digga, das macht sich, da kann man es nicht mehr wirklich. Kann man behaupten über dich irgendwer? Ja, also nochmal, um es klar zu machen, die meisten, also nicht die meisten, aber bestimmt gibt es sehr viele Frauen, die nach oben greifen wollen, nach Status. Und es ist attraktiv, wenn Männer erfolgreich sind. Klar, ist bestimmt so, aber das hat nichts damit zu tun, dass Rachel das auch gemacht hat, dass es ihr Ding ist, dass sie das will. Und auch wenn es so ist, ja, kann sie trotzdem glücklich sein ohne das. Und hat trotzdem das Recht, ihre schlechten Erfahrungen im Internet zu erklären. Okay, super, toll. Welche privaten Screenshots zeigen, und schon stürzt sich die ganze Meute auf dich. Und ich kann dir auf jeden Fall versprechen, wenn du mal mit einer Frau vier Jahre zusammen bist, oder im Endeffekt reicht auch nur ein Jahr, da wird es immer Situationen geben, die nicht so ideal laufen. In denen man sich vielleicht mal anschreit, oder mal irgendwie was macht. Und wenn das aber dokumentiert wird und festgehalten wird, und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, dann ist das ein Riesenproblem. Und dieser rote Faden, der geht halt zum Beispiel schon an beim Till Lindemann. Da hat das Ganze mal so richtig an Fahrt aufgenommen. Da behauptet dann eine Shelby Lynn irgendwas. Im Nachhinein stellt sich dann raus, das war alles gar nicht wahr, das war gelogen. Nee, hat sich nicht rausgestellt. Es wurde überhaupt nichts. Es wurde weder bewiesen, dass es wahr ist, noch wurde bewiesen, dass es gelogen ist. Mein allerbester. Dann behauptet diese Keiler Scheix irgendwas, bezichtigt den Lindemann auf die Büste. Sie hat ja einen Erfahrungsbericht abgegeben, sehr, sehr guter Erfahrungsbericht, stimme ich überein mit ihr. Also ich war ja nicht dabei, aber ich stimme überein, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Ich finde es gut, was sie gemacht hat. Ja, auf jeden Fall saugut, was sie gemacht hat. Die hat ihn doch auch so in die Richtung Pädophilie gerückt, den Lindemann und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein guter Erfahrungsbericht war. Ja, das war nicht in Ordnung, das wurde entfernt. Aber nur, weil sie das gesagt hat, heißt es nicht, dass der Rest vom Video, ganz kurz, sie hat, glaube ich, 25 Sekunden rausgeschnitten, von 25 Minuten oder so. Das macht mich so sauer, wirklich. Alter Riley Loon, was geht, Rachel? Bist du die echte? Sie ist die echte. Wir reagieren gerade auf einen YouTuber, der eher so auf dieser Seite der politischen Ecke steht, wo ich mich gerade befinde, der dich so ein bisschen in die Gold-Digger-Richtung steckt und sagen was dazu. Herzlich willkommen. In der Fall war die ganze Aussage, sie wurde ausgewählt, dann ist sie vom einen Backstage in das nächste und dann hat sie sich da unwohl gefühlt und ist wieder gegangen. Oder was war jetzt der ganze Zauber? Aber ich verstehe es immer noch nicht. Und jetzt hat die zwei Frauen, diese Shelby Lin oder diese Keiler Scheik. Ja, perfekt. Mega geil. Es ist bodenlos. Ich weiß nicht, ob du dir das anschauen willst. Also, kleine, vertriggerte Warnung. Die stellen sich jetzt da hin, behaupten irgendwie etwas und dann die ganze Meute stürzt sich wieder auf den Lindemann. Genau die gleiche Problematik. Oder wie siehst du das? Ich sehe da gar nichts wertvoll. Ich bin der Meinung, die hätten ihre Fresse halten. Wenigstens deine Standbilder die ganze Zeit besser als meine. Ich gucke hier wie so ein richtiger Wichser die ganze Zeit. Die müssen. Ja, also ich sehe das jetzt auch nicht wertvoll. Ich weiß nicht, muss man nicht gut finden, ob es der Lindemann macht oder nicht. Aber wenn man sich als Frau darauf einlässt. Ja, wärst du zum Lindemann. Ja, wenn du mit 18 auf eine Aftershow-Party kommst, von der du überhaupt nicht weißt, dass du da mit irgendjemandem schlafen sollst. Die haben selbst von Schuld, Pech gehabt. Super. Cool, dass wir drüber geredet haben. Ultra-feministisch an der Stelle von der Guten. Backstage gegangen? Oder hättest du dir da irgendwie denken können? Vielleicht wäre ich aufs Backstage gegangen, aber wenn ich da mit lauter anderen Frauen sitze und mir bewusst wird, in welche Richtung das geht, dann wäre ich schon gegangen. Oder im Vorfeld sind ja auch schon so Gerüchte, selbst ich habe das gehört, dass es so Partys gibt. Deswegen wäre ich halt schon gar nicht mitgegangen. Aber wenn man halt der Typ ist und davon träumt, einmal so mit einem Star. Krass hört sich an wie mein Kündigungsgespräch. Ich kann das immer noch nicht fassen, Mann. Ich will wissen, wer das war. Dann schicke ich da erstmal eine kleine E-Mail hin. Zusammen zu sitzen oder rumzumachen, dann geht man halt mit. Aber glaubst du nicht, dass da auch Mädchen gibt, die... Also der Chef. Die würdest du auch definitiv wollen. Ja, mit Sicherheit. Du warst doch auch früher da in... Nur weil es verblendete Mädchen gibt, die das möchten. Ja, es gibt bestimmt auch Frauen, die selbstbewusster hingehen und von Till Lindemann durchgenommen werden wollen. Okay, sollen die machen. Aber trotzdem ist es wichtig, insgesamt zu sagen, passt mal auf, liebe junge Frauen und Mädchen, da ist eine After-After-Show-Party und da geht es um GV. Und wenn ihr das nicht wollt, dann passt auf und geht da nicht hin. So weil ich zum Beispiel wusste vor der ganzen Thematik nicht, dass es After-After-Show-Partys gibt und dass da Frauen wie, jetzt nicht auf Till Lindemann bezogen, sondern generell auf After-Show-Partys wie irgendwie, keine Ahnung, so Verkaufsfleisch angeboten werden oder so. Also ich wusste das nicht und sehr viele 18-jährige Frauen wissen es bestimmt auch nicht. Von daher, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Wo liegt das Problem darin, zu warnen davor, dass man da nicht hingehen soll, wenn man das nicht möchte? Es macht logisch gesehen keinen Sinn. Unterwegs in München und so, wie waren die denn da drauf? Und du hattest da auch so Modelfreundinnen? Ja, einige, die mögen halt schon so Status und genießen das halt, sind halt so Luxus, aber es kommt halt immer auf die Frau an. Ich glaube schon viele, dass sie auf so ein Konzert gehen und sich auch so freuen oder als etwas Besonderes fühlen, wenn sie halt ausgewählt werden. Weil das heißt ja, du bist besonders hübsch, besonders sexy und halt vielleicht auch wertvoller als andere Frauen in dem Sinne für einen Mann, weil du hübsch bist oder ja. Ja, ich finde halt einfach, wenn sie das halt nicht wollen oder diese Keiler Scheichs, was geht's? Gänsehaut, wenn du von Tillinemann für Geschlechtszwecke ausgewählt wirst, schreibt das in eurer Lebenslauf bitte. Dann da überhaupt hin oder wenn sie das halt merkt, kann sie doch einfach gehen. Ich verstehe das fast nicht, was die da aufreißt. Und vor allem versaut die das doch diesen anderen Frauen. Ich glaube, Rachel, das hat dir in deiner Bewerbung gefehlt. Ich glaube, dann wärst du nicht gekündigt worden. Hättest du das da drin stehen gehabt? Okay, nee, sorry. Die das möchten mit dem Schlafen, die das dann vielleicht nicht mehr machen können, weil dann so neue Regeln da wieder eingeführt werden. Und das finde ich am schlimmsten. Und so war es ja auch bei der Formel 1 mit diesen Grid Girls. Das war dann zu sexistisch, dass da Frauen irgendwie diese Startnummern aufheben, also vor dem Start vor den Formel 1 Rennen. Und im Endeffekt, wem hast du da jetzt geschadet, indem du das jetzt abgeschafft hast? Jetzt gibt es doch einen Haufen so Modelfrauen, die das aber gern gemacht hätten und dafür ja auch eine Gage bekommen haben und im Fernsehen waren dadurch. Jetzt hat man die doch eigentlich geschädigt dadurch, die das auch heute nach wie vor machen würden. Ja, eigentlich schon. Und man muss halt das... Ganz kurz. Oh mein Gott, war das laut. Um euch zu zeigen, dass es wirklich solche Frauen gibt, das ist dransteigend. Richard! 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 Ich liebe dich! Oh mein Gott! Schneider, Lederhosen stehen dir! Flanke, du bist die... Oh die, ich liebe dich! Ich liebe dich! Ja, ne, schön, dass wir mal darüber geredet haben. Toll. 1A, ja, die gibt es auf jeden Fall und die können das auch gerne weitermachen, aber trotzdem, ja, ich glaube, ich habe es genug gesagt. Das muss auch akzeptieren, ob man das jetzt selber gut findet oder nicht. Aber es sieht halt schon ästhetisch aus, wenn da so eine hübsche Frau ist und so ein Schild hochhält. Finde ich jetzt als Frau auch nicht schlimm. Ja, das ist so eine Bevormundung irgendwie von der Gesellschaft oder von so Leuten, dass die sagen, das ist nicht in Ordnung und wir wissen jetzt auch, was für euch am besten ist und wenn ihr jetzt da die Schilder raut, das ist zu sexistisch, das geht gar nicht. Und da werden die Menschen irgendwie so bevormundet. Dabei müssen die das doch selber wissen oder selber entscheiden dürfen, oder? Ja, also ich finde es auch und es gibt ja auch Frauen, die daraufhin trainieren, Sport machen und sich darauf freuen, einmal kurz den Schild bei so einem Rennen hochzuhalten und darauf stolz sind. Habt ihr gesehen, was das für einen Shitstorm losgetreten hat? Ja, ich kann mich auch an den Shitstorm erinnern gegen Kyla Scheix und gegen Shelby Lin von Menschen wie, ah, wie hieß der nochmal? Störte Priest? Hat der nicht mindestens 50 Videos gegen Kyla und Shelby gemacht? Was redet der da, der Salami? Das ist doch was komplett anderes. Diese, ähm, Kyla Scheix greift den Lindemann an, weil der einen Status hat und da war ja sogar in der Debatte... Nee, ähm, tatsächlich hat sie ihn nicht angegriffen, sondern ein Aufklärungsvideo gemacht. Fast das gleiche. Ey, die sind doch niemals in echt so, oder? Ich hab, ich hab schon locker 50 Reactions auf die gemacht, das ist wirklich, das ist crazy. Du hast, du hast die krassesten Parts verpasst, aber ich glaub, da kommen gleich noch wilde, vertrau mir. Der Oma Rammstein-Konzerte absagt, das kann man doch so nicht... Der Typ ist ein Eisbrocken, der, Emotion ist nicht in seinem Wortschatz. Vergleichen und wenn dann Männer sagen, hey, das ist so aber nicht in Ordnung, weil das betrifft uns ja alle, dann will er das jetzt so in einen Topf schmeißen, das passt doch nicht, das hinkt doch hinten und vorn. Man muss halt schon immer schauen und bei der Wahrheit bleiben, egal ob jetzt ein Mann oder eine Frau irgendwas sagt, man muss das halt auf die Fakten prüfen. Okay. Darf dann nicht nach seiner Meinung oder nach Sympathie... Aber warum hat Rachel dann, ähm, warum ist Rachel dann genauso schuld oder, nee, noch schuldiger als Unge, frage ich mich an der Stelle. Also wie haben die das genau auf die Fakten überprüft, frage ich mich. T-Urteilen. Was dann auch gefordert wurde, die Rammstein-Konzerte, die müssen abgesagt werden, die Row Zero... Wer hat nochmal gefordert, dass Keiler und so sich löschen sollen? Ist ja komplett das Gleiche, wenn man zu dieser Keiler Scheik sagt, löscht dich doch einfach, bevor du so ein Quatsch verzapft hast, wie wenn man dann so Konzerte absagt, an denen ja auch sehr viele Arbeitsplätze dranhängen und sehr viel mehr Geld dahinter steckt. Also da merkt man auch, wie dumm das ist, wenn man sowas irgendwie auf die gleiche Stufe stellt. Nee, also es ist, ähm, aber trotzdem ist es ja kritikwürdig, oder? Wenn du zu Keiler sagst, löscht dich. Also ich finde das jetzt nicht so korrekt. Wir verboten unser Zeugs. Nur weil irgendwelche Leute irgendwas behaupten und heutzutage eine Stimme kriegen. Und das ist ein Riesenproblem. Wer ist sie denn zum Beispiel? Sie hat doch gar keinen Status. Sie kennt doch eigentlich fast... Ach stimmt, halt die Fresse, wenn du kein berühmter YouTuber bist, hä? Was ist das für ein Argument? Der hat was kennt. Ich muss gar nichts sagen. Der da unten links hat einfach Ahnung, sag ich euch so, wie es ist. Naja, das Argument ist halt, dass sie jetzt nur einen Haufen Klicks kriegt, weil sie ja über einen bekannten YouTuber spricht. Aber sie juckt die Klicks nicht, Digga. Es geht nicht um die Klicks. Sie will doch keine YouTuberin werden. Och, das macht mich so sauer. Wirklich, ich kann das hier nicht mehr. Die Frage wäre halt, wenn sie sich jetzt ganz normal ins Internet stellt und über ihre Themen spricht, ob sich dann jemand dafür interessieren würde. Im Endeffekt ist es doch auch nur wieder auf Kosten von dem Umi, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie auf YouTube bekannt werden möchte, sondern für mein Dafürhalten geht es da um Schmutzwäsche waschen und ihm halt eins reinzudrücken, zu zersch- Es bringt ihr nichts. Wenn das jetzt der Startschuss für ihre Karriere ist, wenn sie jetzt jeden Tag ein Video macht über, morgen kommt ein Video über, wie heißt diese Trash-TV-Sendung mit diesem Boot? Äh, Love Island oder so, Reaction und übermorgen kommt, ähm, neuer World of Warcraft, Champ und so weiter. Ähm, und sie hat das nur gemacht und sich alles ausgedacht, um darauf ihre Karriere aufzubauen. Und dann können wir sie kritisieren. Aber erstens ist es nicht der Fall und zweitens ist das nicht der Fall. Und damit ist das Argument erwarscht. Niki Lord, danke für den Prime-Send. Ich danke dir von Herzen, mein aller tollster, bester, super Freund. Danke. Stören würde ich meinen. Status, ja dann, warte, red nicht in der Öffentlichkeit. Keiner. Sie kennt man doch nur, weil sie jetzt mit einem Bekannten zusammen war. Sonst wird kein Hahn nach der Krähen. Und... Nerzer macht sie... Ja, ja und? Das ist doch... Ja und? Stellt sie sich öffentlich und deckt das alles auf, was in ihrer Beziehung passiert ist. Es geht auch nicht nur um die Beziehung, es geht auch darum, dass viele Zuschauer anscheinend ein falsches Bild von Unge hatten, ähm, wie er mit vielen Dingen umgegangen ist. Ja, aber das geht doch keinem was an, was der Unge privat macht. Und sie ist doch nicht dafür da, dass sie jetzt die Leute aufklärt, was der Unge privat für ein Typ ist. Und ich finde, das geht gar nicht. Das hat halt irgendwie so eine Art Überwachungscharakter. Ja, also kommt bei mir ganz komisch an. Das ist... Ja, stimmt. Nee, dann lassen wir das jetzt einfach so, Freunde. Ja, so, ähm... Ab jetzt decken wir keine Ungerechtigkeiten mehr auf. Ja, die bleiben ab jetzt unter Schluss und Siegel. Ja, wenn irgendwas hinter verschlossenen Türen passiert, dann muss das da auch zwangsläufig bleiben, ne? Ist klar. Also, keine häusliche Gewalt oder so. Haltet das am besten für euch. Bringt das überhaupt nicht an die Öffentlichkeit. Das ist gut so, ja. Klar, ne? Hat er recht, auf jeden Fall. Es geht ja nicht nur um die Beziehung, es geht auch um die Katze. Es geht auch um die Sache mit Aib Lali und Ungers Umgang mit anderen Influencern. Das ist ja... Ja, aber da hörst du ja auch wieder nur die Seite von diesen anderen Influencern und so. Ne, Unger hat 37 Statements inzwischen gemacht eigentlich, ne? Also, und die Hälfte zugegeben. Weißt ja gar nicht, was die für eine Ambition haben. Im Endeffekt ist der Unge halt viel größer wie die. Und da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, wem nutzt das was, wenn man sich da jetzt in der Öffentlichkeit dazu... Stimmt, aber ein Aib Lali, der hat bestimmt jetzt auch nicht die Geldsorgen, würde ich mal meinen. Also, ich denke, der kann ganz gut um die Runden kommen, auch ohne Unger an den Pranger zu stellen. Und auch hier sieht man es wieder, da tritt Dieter Setzer vom Stapel und andere springen da wieder mit auf und sagen, ja, aber zu mir war der auch ganz gemein. Also, ich finde das persönlich sehr, sehr schäbig und dreckig, also meine Meinung da dazu. Ultra schäbig und dreckig, Rachel. Schäme dich wirklich. Solltest du dich schämen dafür, dass du deine Erfahrungen in die Öffentlichkeit trittst, weil es privat nicht funktioniert hat, das irgendwie zu klären. Ja, super, toll, ja, wirklich. Solltest du dich schämen. Na gut, ja, nee, dann lösche ich das Video jetzt. Lösche es einfach, ne? Also, wenn er sagt, das ist dreckig und schäbig, dann war es das. Das würde ich sagen. Also, klar, es ist auch überhaupt nicht so, dass Unger eine öffentliche Person ist und da einen fetten Tweet gemacht hat. Wenn so ein Tweet über mich veröffentlicht worden wäre, dann hätte ich da auch was zugesagt und ein störter Priest hätte da sicherlich auch zu was gesagt. Kann ich euch versichern. Das ist ja schon noch deutlich mehr als nur irgendwelche intimen Sachen. Wenn jetzt sie ein Statement gemacht hätte und gesagt hätte, ja, die Beziehung war scheiße, Simon Unger ist nicht mit mir auf Safari gegangen und ich hätte mir das gewünscht, dann hätte jeder drüber gelacht. Aber es geht ja schon deutlich weit drüber hinaus. Sie sind ja ja da Anschuldigungen von wegen körperlicher Gewalt und psychischer Gewalt und so. Mit denen ist ja nicht zu spaßen. Aber genau darum hat sie ja so ein Video nicht gemacht, der wollte mit dir nicht auf Safari gehen oder so ein Blödsinn, dass sie sich halt selber nicht lächerlich macht, oder? Will er uns jetzt gerade sagen, dass Rachel sich das ausgedacht hat? Die schweren Sachen, damit es realistischer ist, oder was will er damit sagen? Auch so, weil man überlegt halt schon, bevor man ein Video macht, wie man sich präsentieren will und was man sagen will und man will ja nicht selber dann hinterher das Gespött sein. Ja, genau, also hat sich... Deswegen sagt man normalerweise die Wahrheit. Sie hat das ganz genau überlegt, was sie da sagen, das muss ja dann... Ja, sie hat überlegt, was ihr widerfahren ist und hat das dann gesagt, würde ich mal meinen. Ey, mir haben vor allem so viele von meinen Freunden geschrieben nach diesem Statement von ihm. Mein Bruder lebt in Südkorea und hat sogar davon mitbekommen, natürlich muss ich mich rechtfertigen, auch zu meinem eigenen Schutz, so. Erstens das und zweitens auch, wenn das alles nie passiert wäre, wäre es dein gutes Recht, so. Also, natürlich sollte man nicht in einem Statement sagen, Simon Unge hat, ähm... Weißt du, so irgendwelche halt krass privaten Sachen wie irgendeine Krankheit oder so, die nicht öffentlich ist. Aber das ist ja nicht passiert, so. Das sind ja Sachen, die immer Bezug zu dir hatten, also zu Rachel, ne. Also, das ist ja nicht so, als wäre sie da hingegangen und hat gesagt, ja, Unge ist ein Hurensohn und, ähm... Vor sieben Jahren hat er mir das und das gemacht, das hat er mir im Vertrauen erzählt und jetzt erzähle ich es der Öffentlichkeit, weil ich hasse ihn. Er hat mich verlassen oder ich hab ihn verlassen und jetzt will ich ihn fertig machen. Sondern es sind ja immer irgendwelche Sachen, die in Bezug auf das ist, was Rachel quasi an Leid erfahren hat, so. Es ist ja nix random, so. Es kann auch drastisch sein, dass die Meute dann da drauf aufspringt. Wenn sie da jetzt sagen würde, ja, keine Ahnung, der hatte eine neue, weil er auf mich keinen Bock mehr hatte. Na, weiß ich nicht, ob das so gut wäre, oder? Ja, geht ja viel weiter. Ja, das ist der Grund gewesen, hat er recht, ne. Das ist der einzige Grund gewesen, hat eine neue, das hat Rachel so in ihrer, ähm, in ihrem Ego gekränkt, dass sie jetzt auf Rache-Fellzug ist. So wird es gewesen sein, ne. Weiter. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Das zeugt halt für mich für einen ganz schlechten Charakter. Und sie ist... Ja, der schlechteste... Rachel-Scheiß-Charakter ist so. Der Charakter redet gerade im Hintergrund in diesem Video und behauptet, dass sie einen schlechten Charakter hat. Anscheinend nicht... In der Lage, dass sie die Verantwortung bei sich selbst sucht. Sie wollte ja so einen High-Status-Mann haben. Und es hat halt nicht... Ja, stimmt. Und wenn man einen High-Status-Mann haben wollte, ob das so stimmt oder nicht, dann muss man sich natürlich gefallen lassen, angeblich geschubst und noch andere körperliche Gewalt ertragen zu müssen. Stimmt, ja, ja. Also, das sage nicht ich, das sagt sie, ne. Umso mehr Geld der Mann hat, desto mehr kann er sich erlauben, sage ich. Naja, sie behauptet es, aber die Frage ist halt, wie er sie geschubst hat, ob er sie aus Versehen umgerannt hat oder so im Effekt. Ja, dann ist es in Ordnung, stimmt. Ja, mache ich ja auch immer. Ich klatsche immer irgendwelche Leute um und sage dann, nee, nee, sorry, war aus Versehen, ja. Wenn ich dann irgendwie mal auch, keine Ahnung, Polizisten als Hurensohn bezeichne, dann sage ich auch, sorry, ich meinte die Pflanze hinter dir, ne. Also, das ist klar, das rutscht einem manchmal so raus. Manchmal rennt man einfach mal so Leute um. Auf jeden Fall, ja, das macht es dann gut, ne. Hat er recht. Tolles Statement bisher, 1a. Das weiß ja keiner. Und jeder haut da nur auf den drauf ein. Also, ich sehe es auch so, man war halt nicht dabei. Und wenn sie halt wirklich geschlagen worden ist oder so, dann geht man ja eigentlich zur Polizei. Oder dann, ja, im Nachhinein immer so etwas zu behaupten, ist halt schwierig. Ja, klar, es ist immer so einfach, einfach mal zur Polizei zu gehen. Das hat auch immer, das ist immer toll, ja. In der Beziehung ist es super einfach. Es gibt nichts Einfaches als eine häusliche Gewalt einzuklagen, ne. Das führt immer zum Erfolg, ja. Es ist super einfach, emotional auch, ne. Geh mal zur Polizei und sag, dein Freund schubs und schlägt dich oder was auch immer. Also, bin ich mal gespannt, wer sich das wirklich traut. Natürlich sollte man das machen, ja, gar keine Frage. Aber das einfach so zu sagen, ne, wenn du nicht zur Polizei gehst, dann, ja, kannst du alles behaupten. So einfach kann man es sich halt einfach nicht machen. Gerade als Frau sollte man das nicht machen. Also, bin ich der Überzeugung, dass man gerade als Frau wissen sollte, dass es wichtig ist, anderen Frauen zuzuhören und das ernst zu nehmen. Ich könnte jetzt auch über jemanden behaupten, dass er mich geschlagen hat und das ist halt nie passiert. Es ist halt immer schwierig, was ist jetzt die Wahrheit und was nicht. Aber man kann nicht auf jemanden losgehen, ohne dass es halt keine richtigen Beweise gibt. Digga, Rachel. Schäm dich, dass du beim Fallen, ähm, dass du beim Fallen bitte, äh, keine GoPro um den Kopf geschnallt hattest und es gefilmt hast als Beweis. Das ist unkorrekt. Ich habe nie gesagt, dass er mich geschlagen hat, aber okay, ja, das kommt noch dazu. Finde ich jetzt. Ja, und vor allem, was da auch die Übung da soll, da, man geht da ins Internet und klagt da sein Leid und will dann, dass einem dann viele Leute recht geben, oder was? Das muss man sich dann gefallen lassen, weil wenn ein Mann Status hat, dann... Ja gut, Salami, aber das behauptest du jetzt. Du nimmst es ja jetzt, das gegeben hin, aber wir wissen es ja gar nicht, ob das stimmt, was sie sagt. Ist man ja selbst dran... Nee, ich nehme das als, ähm, als einseitige Wahrnehmung da, so, ne. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Habe ich auch nie gesagt, ne. Entschuldigung, man hätte sich auch einen normalen Mann suchen können, bei dem wäre das natürlich nicht passiert. Checkt dir, wie fernab der Realität dieser Typ ist. Der rafft gar nichts. Der ist so... So... Also wirklich, der rafft einfach nichts. Der checkt nicht, wo vorn und hinten ist. Ja, weil da auch steht, ja, wenn du einen High-Mann hast, dann hast du die Fresse zu halten, aber ein Stück weit ist es ja auch so, da siehst du das nicht so, weil am Ende... Ich krieg Gänsehaut. Ich krieg Real-Talk gerade Gänsehaut am Rücken. Effekt, sie will ja ihr Leben aufgeben und wahrscheinlich nicht jetzt als Kassiererin am Supermarkt sitzen. Ich möchte das jetzt dann nicht... Bro, nur weil du einen High-Value, High-Status-Mann hast, kannst du da noch trotzdem ein normales Leben weiterführen nach dieser Beziehung. Real-Talk-It-Suss, danke für den Raid. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Herzlich Willkommen im zweitbesten Stream auf ganz Twitch nach Real-Talk-It-Suss. Irgendwoher kenne ich dich, aber ich weiß nicht, woher. Outlaw-It-Suss? Real-Talk-It-Suss? Irgendwoher, ja, ich... Du bist mir ein Begriff, aber ich kann dich nicht zuordnen. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr hier am Start wart. Seid, ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream. Das ist Hugo. Wer ist Hugo? Nee, aber freut mich, herzlich willkommen und, ähm... Ja, wir schauen uns hier, ähm, einen rechten YouTuber an, der sich über die gute Rachel aufregt und Unge verteidigt. Niederreden, aber im Endeffekt ist es doch ein Knochenjob. Du musst in der Früh kommen, du musst aufstehen, du musst deine Arbeit machen und irgendwann am Abend bist du dann komplett erschöpft von dem Tag und verdienst jetzt auch nicht so viel... Woher kommt jetzt die Info, dass ich an der Kasse arbeite? Ich kann nicht mehr. Das war, glaube ich, nur ein, äh, Beispiel dafür, dass du jetzt abgestürzt bist und dass du eigentlich rächen willst. Äh, Hugo Toffel, danke für den Sub-Gip. Vielen, vielen Dank an, ähm, Läggerschmäcker. Vielen, vielen Dank für den Support. Also ich glaube, er meinte das quasi so, dass du jetzt abgestürzt bist von dem High-Standard-Leben auf Madeira mit einem reichen Mann und jetzt quasi, ähm, sauer bist und ihm Heim zahlen willst. Viele Thaler als jetzt zum Beispiel ein Simon Unger und kannst dir bestimmten Luxus leisten, sage ich jetzt mal. Und so wie ich das ja gesehen habe, hat die ja alle Brücken abgebrannt hinter ihr. Also Job gekündigt, wenn sie einen hatte, von Berlin weggezogen auf diese Insel. Und im Endeffekt muss sie ja von irgendwas gelebt haben. Und da ist es halt dann schon so, dass halt alles Licht und Schatten hat. Und wenn du jetzt die Frau bist, du gibst dein ganzes Leben für einen Mann auf und ziehst dann da auf so eine Insel. Tja, dann bist du aber auch ein Stück weit dem ausgeliefert, weil du ja dann alles aufgegeben hast, weil das andere Leben ja interessanter ist. Stimmt, dass du ausgeliefert bist und gerade deswegen gibt es überhaupt keine Berechtigung, dass der Mann die Frau schlecht behandelt. Nur weil du dich quasi abhängig machst, mehr oder weniger, heißt es trotzdem, heißt es trotzdem, es gibt es keine Berechtigung dafür, dass der Mann sich beschissener verhält, als wenn die beide bei Edeka arbeiten und in Mecklenburg-Vorpommern leben. Fun Fact. Sorry. Kurzer Unfall. Ähm, Fun Fact. Ich hatte dort kein High-Standard-Leben, ich hatte kein bisschen Luxus dort. Ja. Gut, dann ist das noch mieser, muss ich sagen. Und, äh, ja, jetzt sagt Störte-Priest wahrscheinlich, ja, ähm, da ist selbst dran schuld. Wenn ein Mann da mal seinen Gespinnerten hat, so sage ich es jetzt einfach mal, dann wirst du manche Sachen auch schlucken müssen oder du kannst halt einfach gehen. Du kannst halt sagen, ich lasse mir das nicht bieten, ich gehe, aber so wie ich das verstanden habe, hat er ja mit ihr Schluss gemacht. Und wenn du halt dann gehst, dann musst du aber auch die Konsequenzen ziehen und wieder zurück nach Deutschland und wieder einen normalen Job machen. Von dem her. Ja. Das nennt sich gescheiterte Beziehung, ne? Dann muss man im, äh, Wohleübel sein Leben wieder umkrempeln. Aber das passiert sehr vielen Menschen tatsächlich und ist jetzt nichts, äh, Neues. Das ist natürlich sehr entspannt für Unge, weil er hat, äh, sehr Wert drauf gelegt, dass Rachel zu ihm kommt und hat da halt so sein, hat keine Veränderungen gehabt in seinem Leben. Er ist da wohnen geblieben, er hat einfach quasi ein Add-on an sein Leben bekommen und sie hat alles aufgegeben, hat ihr Leben umgekrempelt und muss natürlich ihr Leben jetzt wieder, musste ihr Leben wieder zurückkrempeln. Ähm, kann man ihr nicht vorwerfen, sondern wenn dann halt ihm, ne? Hä? Da sehe ich das als so zweischneidiges Schwert, oder? Ja, ist auch so. So, um das abschließend vielleicht nochmal zu sagen, das ist vielleicht nicht cool, also wenn man jetzt sein ganzes Leben aufgibt und jemand anders, man muss dann dem seine ganzen Launen ertragen, aber auf der anderen Seite ist es ja bei Frauen genauso. Wenn ich jetzt tatsächlich so eine bekannte Frau kennenlernen würde, was wahrscheinlich nie passieren wird, weil die dann auch wieder Männer mit Status datet, dann ist es ja auch so, wenn die dich komplett durchfinanziert und die hat dann aber keinen Bock mehr auf dich oder du gefällst dir halt nicht mehr, dann schickt dich die auch wieder weiter, oder? Ja, das ist halt insgesamt... Ja, nee, dann, wenn das so ist, dann ist das in Ordnung dann, ne? Klar, wenn das andere machen, dann ist das gut. Das stimmt. Gut, ist immer mein Lieblingsargument. Machen ja auch andere Frauen so, ne? Cool, ja, klar. Und so ein Problem, oder was heißt Problem? Veranlagt, also jemand, der halt jemanden durchfinanziert, da bist du halt gewissermaßen von dem abhängig. Und das muss dir halt auch bewusst sein, wenn du dein Leben für jemanden aufgibst. Dann musst du halt dann selber die Verantwortung dafür tragen, für dein Handeln, dass du alles... Ja, für ihr Handeln, ne? Klar. ...für den Menschen aufgegeben hast, das war ja dein freier... Ja, macht sie auch. Also sie ist ja jetzt einfach wieder zurückgezogen, ne? Wille. Das hat sie ja keiner gezwungen, es zu tun. Ja, und vor allem, was dann noch dazu gehört, weil der Salami wird dann wieder sagen, ja, aber stört der Priest, du willst doch irgendwie, dass die Frau da mit Familie und so und der Mann ist der Boss und so. Im Prinzip ja schon, aber ob das so eine schlaue Wahl ist, dass man alles aufgibt für einen bekannten oder erfolgreichen Streamer, weil da musst du ja immer damit rechnen, dass der sehr viele Frauen außenrum hat. Und du musst den ja dann immer bei Laune halten, weil ja das Angebot allgegenwärtig ist. Und das ist das, was diese Frauen nicht verstehen. Würde sie sich aber vielleicht einen nehmen, ich sag jetzt mal, der normal verdient oder auch schon mehr verdient, ich sag jetzt mal 3000, 4000 Euro netto, da ist ja der auch schon in so einem gehobenen Angestelltenverhältnis oder vielleicht selber Boss oder so, dann glaube ich, hätte sie da mehr davon, weil sie dann nicht so diesen Aufwand hätte, den zu halten, als jetzt einen bekannten YouTuber. Er redet, er redet Real Talk wie von, wie von einem Unternehmen oder so. Das ist, das ist geisteskrank. Real Talk, wie er redet, er redet nicht von Menschen gerade, ne. Das ist so krass einfach. Ich, 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 ich kann damit nichts anfangen. Ich kann Real Talk damit nicht anfangen, wie er, wie er hier redet. Bro, ich war verknallt und naiv, aber das hatte Real Talk nichts mit seinem Status oder mit seinem Geld oder was auch immer zu tun, hab jetzt auch, hab ich jetzt auch nicht nötig. Als müsste mich man, als müsste mich man vor irgendwas retten, Alter. Ja, doch, du hattest es nötig, du hast ihn nur genommen wegen dem Status. Städte Priest hat es doch erkannt, er weiß das. Er war auf jeden Fall da, ähm, dabei, wie man hört. Ja, es ist so lächerlich, was der Typ redet, das ist krank. Der, was weiß ich, jeden Tag da irgendwelche Nacktfotos von Frauen geschickt kriegt und wo sich halt jeden Tag hunderte anbieten. Und dann teilweise auch im echten Leben. Stimmt, deswegen kannst du nicht mit einem Mann zusammen sein, der berühmt ist. Ne, geht nicht. Ja, weil er, Bro, auch, ich, okay, wenn du, wenn du so wenig, so wenig Vertrauen in die Liebe hast, okay, ja. Ja, also ich persönlich sehe es so, wenn ich reich und berühmt bin und ganz viele Nacktfotos von Frauen bekommen in einer Beziehung bin, dann sind mir diese Nacktfotos egal, dann nehme ich die erst gar nicht an, dann habe ich meine Nachrichten aus oder sonst irgendwas, okay. Also du musst ja auch schätzen, was du hast und du kannst ja nicht als Frau durch die Welt gehen und denken, okay, nee, also ich bin jetzt übel verknallt und dieser Urlaub mit Unge war so geil, aber okay, er ist berühmt. Ich sollte mir lieber irgendeinen anderen Typ suchen, der drei, vier netto verdient. Weil Unge könnte ja Nacktfotos bekommen und ich muss sie die ganze Zeit bei Laune halten, weil ich bin die Frau und ich bin für sein Wohlempfinden verantwortlich. Ich muss mich die ganze Zeit interessant halten und attraktiv und sexuell anziehend, weil er hat ja so viel Input von außerhalb. Deswegen muss ich ja dafür sorgen, dass er mich weiterhin will. Wenn du mit so einem Verständnis daran gehst, dann bist du nicht gemacht für Beziehung, finde ich. Dann solltest du dieses Beziehungskonzept sein lassen. Keine Ahnung. Wenn sie den dann treffen und da ist dann natürlich, wie soll ich sagen, die Versuchung einfach viel höher, oder? Ja, ist halt einfach so. Anders würde ich es jetzt auch nicht sagen. Weil die anderen Frauen, die würden sich das auch gerne vorstellen. Es gibt ja dann auch genug Frauen, die würden auch gerne ihr Leben aufgeben und dann auf so einer Insel leben und dann im Endeffekt ihren Job nicht mehr machen. Das muss man halt ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Funktioniert? Ja, und wenn du die Freundin von Unge bist, dann erwartest du, dass ihnen das nicht juckt, dass viele andere Frauen das wollen. Keine Ahnung, ich gebe auf wirklich. Ich habe keine Lust mehr. Weil sie es vielleicht auch nicht so gebracht hat als Frau für ihn. Es ist Real Talk, das ist seine toxische Männlichkeit. Ich mache das immer so als Joke mit toxischem Mann und so, aber das ist seine toxische Männlichkeit, dass er das aus dem Sinn sieht quasi, dass er quasi als allererste Vermutung sieht, sie war nicht gut genug für ihn. Sie hat sich gut genug gebracht als Frau. Sie hat ihn nicht gut genug umworben, was auch immer. Anstatt zu überlegen, dass es einfach vielleicht von beiden Seiten nicht gut gepasst hat long term oder dass er Fehler gemacht haben könnte. Ich weiß, Männer sind unfehlbar, aber trotzdem, auf die Idee kommt er gar nicht. Und er im Endeffekt nicht so wirklich... Jetzt kracht es bei ihm im Hirn, oder? Ja gut, die Aussage, die war aber auch hart. Ja, aber jetzt kracht es bei ihm gleich im Hirn, weil er es nicht wahrhaben kann. Aber im Endeffekt, ja, gebracht haben... Alter, die haben über mein Soundboard gelacht. Ja, das freut mich doch. Aber es kann ja sein, dass sie es als Frau wirklich nicht gebracht hat und das kann man jetzt so oder so auffassen, aber wenn sie halt keine guten... Ja, kann auch sein. Ja, kann absolut sein, dass sie es als Frau nicht gebracht hat. Und? Und jetzt? Kann auch sein, dass morgen der Mond in zwei Hälften geteilt wird. Kann sein, dass ich morgen endlich den Brief von Hogwarts bekomme. So, ja, okay, super. ...Regenschaften hat, also sie wird durchfinanziert, sie hat alles. Aber es gibt ja dann Frauen, die immer unzufrieden sind. Und egal, was du magst, egal, wie viel du denen gibst, die sind immer unzufrieden und brechen einen Streit nach dem anderen vom Zaun. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bei der so war. Digga, die wurde durchfinanziert, die Katze wurde durchfinanziert und die war immer noch, die Katze war immer noch undankbar, sage ich euch. Dann wäre ich auch abgefuckt gewesen. Unger hatte recht, Unger hat alles richtig gemacht. Die Katze war undankbar, hat ihn angefaucht. Selbst dran schuld, sage ich euch. Ja, aber da würde ich auch sagen, jetzt finanziert man da alles und bis auf ein bisschen gut ausschauen, bietet mir die nichts. Ich habe nur Ärger mit dieser Frau. Das ist doch geisteskrank. Ey, Rachel, immerhin findet er, du siehst gut aus. Das ist ein Win, würde ich sagen. Also, man muss die kleinen Dinge nehmen. Zu mir hat er das noch nie gesagt. Ist das krank, ey. Dann ist es auch logisch, dass ich dann sage, die Frau, die bringt es für mich einfach nicht. Also auch, wenn man es hart ausdrückt, oder? Ja, ich sehe das jetzt nicht ganz so wie du, weil es kann auch sein, dass... Was? Sie kann ihm widersprechen, Chad? Sie hat eine eigene Meinung? Das kann ich nicht glauben. Dass ich einfach eine andere Frau vorgestellt habe. Es gibt auch Männer, die auf Brahma stehen, die was Leidenschaftlicheres haben wollen. Sie muss halt einfach nicht zu ihm gepasst haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja, oder, also, vielleicht hat auch er nicht zu ihr gepasst? Ist das eine Möglichkeit? Würde ich jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, ja, sie hat es nicht gebracht. Sie hat halt einfach nicht zu seinen Vorstellungen gepasst. Ja, so kann man es halt diplomatisch... Woher wissen die das, frage ich mich. Das ist so geil. ...ausdrücken, aber ich habe das schon so, die Erfahrung gemacht, auch so im Bekanntenkreis, dass es einfach Frauen gibt, die machen dauernd irgendeinen Stress und du hast dauernd Ärger. Und die ziehen das auch magisch an oder beschwören das selber auch raus. Und da ist halt die Frage, ob du das andauernd brauchst, wenn du irgendwie einen stressigen Job hast oder eine Firma leiten musst und hast dann daheim auch noch immer diese Anspannungen und Ärger, was ja dann auch wieder oft auf die Psyche zurückzuführen ist, was ja dann auch so ein Wunsch nach Anerkennung ist von vielen Frauen. Die wollen zwar einen Mann mit viel Geld, aber wenn der dann arbeiten gehen muss, hat er zu wenig Zeit. Und dann wird ein Drama nach dem anderen irgendwie initiiert, damit sie halt gesehen wird. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Bei dem Kraftwerk. Ich weiß es nicht so. Also was glauben die, warum ich so viel über WhatsApp angesprochen habe? Das check ich aber gerade selbst nicht. Warte, ich muss nachdenken. Weil er dann aus der Haut fährt. Oder so. Gebracht hat als Frau. Die Frage, ob es der Salami richtig bringt. Ich bring's krass, Digga. Beide Beziehungen haben noch nie ein Jahr erreicht. Ich bin der beste Freund aller Zeiten. Grüße an meine Ex-Freundin. Hi. Schön, wie geht's euch? Und was macht sie jetzt? Jetzt macht sie das Ganze öffentlich. Also ich finde das richtig schlimm. Egal, wenigstens. Ich werbe Lali einen Monat. Ich möchte jetzt an dieser Stelle diesen Unge auch gar nicht in Schutz nehmen. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Wirklich. Er wäre der allerletzte, der Unge in Schutz nehmen würde. Die letzten sechs Minuten, 26 haben wir irgendwie uns ein bisschen... Okay, ja, Unge ist ihm scheißegal, aber der Mann nicht. Er will den Mann verteidigen. Auf Biegen und Brechen ist die Frau schuld. Der Mann ist das Heiligtum. Weil er durchgedreht ist, wenn ich in sein Office gegangen bin und das persönlich anzusprechen. Da, wo er arbeitet oder zockt, sollte ich ihn nicht stören. Okay, checker. Ja, das ist... In der Beziehung ist natürlich auch Kommunikation extrem unwichtig, muss man sagen. Und jeder, der schon mal in der Beziehung war, weiß, wie scheiße es ist, Sachen zu klären über WhatsApp. Das funktioniert nicht. Das steigert sich. Das ist einfach scheiße. Das ist... Man kann sich nicht richtig ausdrücken, vor allem, wenn man nur Textnachrichten schreibt. Das funktioniert nicht. So kannst du nicht miteinander sprechen. Selbst mit Telefon ist es schwierig. Videocall geht da noch irgendwie. Und das Beste ist, wenn du es halt einfach persönlich klärst und so schnell wie möglich beiseite bekommst. So super viele Menschen haben in der Beziehung so die Regel, dass sie, wenn sie schlafen gehen, quasi alle Streitigkeiten beiseite gelegt haben. Manchmal, finde ich, braucht man schon so ein, zwei Tage, um Klarheit über seine eigene Meinung da zu finden. Aber das ist ja keine Grundlage für irgendeine Beziehung. Das ist nicht mal eine Grundlage für eine Freundschaft, wenn du nicht mit IAL miteinander reden kannst. Oder nur mit der Angst, dass dir dann sieben Sachen um die Ohren fliegen. Dass es mir eher um diese Aktion geht, die sie da jetzt bringt. Und was es auch für mich bedeutet, wenn ich so eine Frau kennenlernen würde, auf was ich da aufpassen müsste. Und da würde ich ziemlich aufpassen. Da würden alle Glocken bei mir bimmeln. Und ich würde mir das dreimal überlegen, was ich so einer Frau dann alles erzähle und wie ich mich dann da verhalte. Ja, bei mir klingeln 20 Birnen, wenn Riley Loon hier im Chat ist. Geht gar nicht. Habe ich immer panische Angst vor. Gehört oder wie? Ja, war der zwar irgendwo ein Begriff, aber im Endeffekt ist er auch so ein Reaction-Youtuber. Macht das gleiche wie jetzt so ein Salami oder wie so ein... Wir haben es wieder geschafft ins Störte-Priest-Video, Digga. Shoutout, mein Bestes. Shoutout, eigentlich ist das ziemlich traurig. Ins Störte-Priest-Video. Der ist schon irgendwie so unterhaltsam, mit seinem Violinen-Sound da und so. Ey, die finden mich sympathisch. Tja, 1 zu 0 für mich. Wird mir stinken, Rachel. Oh Mann, ey. Zu kommen und erwähnt zu werden. Naja. Na, Alpha, Kevin, für mich ist da kein großer Wert dahinter. Weil es wird ja im Endeffekt immer... Ich hab hier sogar einen persönlichen Sound für Störte-Priest rausgesucht, ähm, den er wahrscheinlich sich jeden Tag anhört und er so ein bisschen auch seine Persönlichkeit widerspiegelt. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Danach lebt der Mann an der Stelle. Ich hab hier nur so eine seichte, flache Meinung über die Videos drüber gestülpt und im Endeffekt ist der Zuschauer maximal vielleicht unterhalten davon. Aber richtig viel anfangen damit kann er nicht. Chad, könnt ihr was anfangen hier mit meiner Reaction? Hm? Habt ihr einen Mehrwert durch mich? Da hätte ich auch mal so eine Frage, also mit diesen ganzen Reaction-Youtubern. Ähm, wie viele Leute konnten denn da wirklich schon was damit anfangen? Ich weiß da, manche schreiben ja, oh, das hat meine Beziehung gerettet oder so ein Schwachsinn und so. Ich würde sagen, im Großteil bringt das nicht wirklich viel, weil das ja immer so Meinungen sind. Die sind sehr Mainstream-konform, dass halt kein... Stimmt, ja. Alle Sachen, die Mainstream sind, sind scheiße. Hat er recht. Die Regierung ist schuld. Video demonetarisiert wird, dass man nirgends aneckt, dass man halt das meiste an Kohle im Endeffekt abschöpft, oder? Oder siehst du da irgendwie was Kritisches bei diesen Mainstream-Youtubern? Ja, die Kohle ist mir sehr wichtig. Hurensohn, 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 Hurensohn. Hallo, YouTube. Könnt ihr vielleicht trotzdem grün schalten. Nein, ich seh jetzt auch nichts Kritisches, was der Salami jetzt sagt. Gratismut. Aber ist schon unterhaltsam. Das muss man ihm lassen. Störtebriest, kannst du da vielleicht eine Connection herstellen? Ich hab Interesse. Aber ich hab keinen Status, also wird's nix. Schade. Ja, immerhin. Wer jetzt Nein sagt, wird gebannt. Meine Meinung da dazu. So, wir können da jetzt mal reinklicken. Also ich will die gar nicht babbeln hören. Was ja da auch wieder auffällt. Werbungswerbungen. Der Disrespect. Hab ich das, das hab ich gar nicht in der Reaktion gehört. Wir können da mal reinklicken. Ich will die gar nicht babbeln hören. Ja, das ist natürlich eine super Grundlage, um ein Video dazu zu machen. Ist der jetzt auch hier wie so ein graues Mäuschen. So ungefähr, ich bin die arme Unschuldige. Und dann mit so einem Paar-Foto. Da schaut's ja aber ganz anders aus. Da ist er dann auf einmal viel mehr geschminkt und so weiter. Das kracht bei ihm wieder im Hirn, oder? Oh, nein. Geht ihm kracht. Oh, Bro, du darfst... Das ist so dumm. Ich schwöre, dass das ist das dümmste, was ich je gehört hab. Alter, du darfst nicht glücklich sein. Du darfst keinen einzigen glücklichen Moment in der Beziehung haben, wenn die Beziehung insgesamt scheiße ist und zum Scheitern verurteilt ist. Dann darfst du nicht einmal lächeln auf einem Bild. Das ist crazy verboten, wenn du hier am Strand bist mit deinem Freund und das mal gerade ein schöner Moment ist. Nein, das geht gar nicht. Bro, du hast Depressionen, glaube ich dir nicht, weil du lachst ja. Du hast ja Spaß, du gehst feiern. Wie kannst du Depressionen haben? Das ist genau das gleiche Argument wie das. Ich schwöre, das ist geisteskrank, wirklich. Ich weiß nicht, wer der da unten links ist, aber ich stimme ihm zu. Also ich glaube, da hat er dich jetzt falsch verstanden. Ich glaube, der rafft Zint und Freund nicht. Also was wollte ich denn aussagen? Was hast du denn ver... Noch ein Funfact. In dem Video hatte ich so viel Make-up drauf, weil ich so kaputt aussah. Auf dem Foto habe ich nur meine Augen gemacht. Ich kann das nicht erkennen. Real Talk, ich bin da wirklich lost. Für mich könntest du mir genau das Gegenteil erzählen. Ich würde dir das glauben. Aber ja, ich check das auch. Aber Real Talk, ich finde nicht, dass du aussiehst wie ein graues Mäuschen. Also ich finde, du siehst halt hier... Hier siehst du einfach normal aus. Halt so... Halt einfach normal. Halt einfach wie ein Mensch. Hä, keine Ahnung. Ich finde, du siehst auf beiden natürlich aus. Keine Ahnung. Also ich sehe da jetzt nicht krass viel Schminke. Vielleicht bin ich auch dumm, aber... Und auch wenn, es macht keinen Unterschied. Schmink dich und sieh halt aus, wie du willst. Es geht doch um den Drecksinhalt, Mann. Das, ich schwöre, das ist geisteskrank, wirklich. Also ich glaube, da hat er dich jetzt falsch verstanden. Ich glaube, der rafft Sinn und von nicht. Also was wollte ich denn aussagen? Was hast du denn verstanden? Das nicht auf ihrer Beziehung, sondern wie sie sich jetzt gerade präsentiert. Sie geht ja live. Sie weiß, sie präsentiert sich jetzt in YouTube. Und ich als Frau oder tausend andere Frauen, wir machen uns Gedanken, wie wir zum Eis essen gehen, wie wir in die Arbeit gehen, wie wir zu einem Date gehen. Darüber wird sich überall Gedanken gemacht. Und dann gehe ich nicht einfach so in meinem Schlabberlook mal so auf YouTube und erzähle dann meine Lebensgeschichte über eine Beziehung. Ich weiß dann ganz genau, wie ich mich kleide und wie ich wirke. So schlau sind Frauen dann schon. Und sie hat halt einen Pulli an, bis nach oben hinzugemacht, kein Ausschnitt. Und es wirkt halt richtig unschuldig. Ja, genau. Das ist halt im Endeffekt der Punkt. Ohren zu. Zwei Lautstärken runter, bitte. So, hattet ihr genug Zeit. Warum soll ich da nackt sitzen? Du hast ja direkt Onlyfans mitbewerben. Digga. Sie sitzt da einfach in ihrem Arbeitszimmer mit einem normalen Pullover, normal geschminkt, normale Haare. Die sitzt da einfach und redet. Das ist krank, wirklich. Ich wüsste selber nicht, was ich da anziehen würde. Ich würde halt einfach das anziehen, was ich einfach anziehen würde. Mein Gott. Wenn jetzt eine gut ausschaut, aber da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber man kann das halt in vielen Firmen beobachten, wenn du da jetzt so Frauen hast, die vielleicht nicht so gut ausschauen oder übergewichtig sind. Und dann kommt da halt so eine blonde, hübsche Frau und die ist dann richtig aufgebrezelt, dass sie dann oft auch gegen die hetzen, so ungefähr, ja, unser Blondchen, bla bla bla, weil sie halt in gewisser Maßen eifersüchtig sind. Und jetzt präsentiert sie sich halt vor der Kamera so unschuldig. Also ungeschminkt stimmt der auch nicht, aber im Endeffekt so neutral, würde ich sagen. So 0815 bisschen. Schrecklich. Knast, sage ich. Ne, warte, muss ich kurz nachlesen. Ähm, was haben wir hier in meinem SCGB, natürlich, wie Stadte Priest sagt, ja, Paragraf 1059. Hier steht wirklich geschrieben, in Statements, wenn eine Person in Statements normale Kleidung trägt und unschuldig aussieht, kann dies mit bis zu sieben Jahren Haft oder der Todesstrafe bestraft werden. Steht hier schwarz auf weiß, ne, ich wäre da an der Stelle für die Todesstrafe, muss ich sagen. Das wäre, glaube ich, angebracht. Nicht, wie man es besser in Worte fassen kann, aber das erweckt halt einfach den Eindruck so, hey, schaut's her, ich bin eine von euch und so und hat halt von diesem ganzen Aufbrezeln da jetzt nichts dran und die Frage wird halt sein, was er alles finanziert hat. Wenn man die jetzt wirklich privat getroffen hat, das Katzenfutter hat er finanziert, wissen wir doch schon. ...hätte, beim Essen gehen, wie die dann wirklich ausgeschaut hat, was die für Schmuck hatte und so weiter und so fort. Und das... Was? Wovon redet er? Wovon redet dieser Mann? ...dreckt sie da halt natürlich nicht, weil das natürlich glaubwürdiger rüberkommt, wenn sie sich anders präsentiert. Das ist damit gemeint, das versteht man doch, oder? Also ich hätte es jetzt so aufgefasst, aber der Salami hat das anscheinend anders aufgefasst. Ja, und bei der Kyla Scheix, als sie das Video gegen Lindemann gemacht hat... Da hatte sie Pickelpads, deswegen hat sie nur unschuldig gewirkt, wie ein kleines Mädchen, weil sie, ähm, weil sie so Teile über ihren Pickeln hatte. Worte ich, Schmuck? Ja, er meinte, dass wenn du, wenn, wenn man dich jetzt zufällig beim Essen gehen mit ihm erwischt hätte, dass du halt im Abendkleid mit teurem Smaragd-Schmuck, den du von ihm geschenkt bekommen hast, als Luxusgeschenke, äh, zu sehen gewesen seist und immer halt so voll geschminkt und hübsch, so das Girl für ihn und jetzt präsentierst du dich halt als arme, kleine, unschuldige, ein kleines unschuldiges Mädchen, was, ähm, kein Schmuck anhat und so weiter, so, so, weißt du, das so, das will er unterstellen. Da hat sie auch einen speziellen Look gehabt. In irgendeinem Video, wo sie da drüber geredet hat, da hat sie sogar so Pickelpflaster gehabt oder sowas. Ich wusste es, ich wusste es, ich hab's angekündigt, ich kenn das Video nicht. Was halt dann einfach suggeriert, ich bin so das arme, unschuldige Mädchen, ich könnte die Tochter von jemandem sein, so irgendwie so ein bisschen so jugendlich, wie wenn das so ein schutzbedürftiges Mädchen wäre, das was ja noch so harmlos ist. Aber wenn du dann die anderen Fotos von ihr siehst, dann schaut das alles gar nicht mehr so harmlos und so jugendlich aus. Und das ist halt alles Psychologie, die ich zum Beispiel check, aber er anscheinend nicht. Ja. Der Mann ist einfach ein bisschen schlauer als ich. Und damit war es Was ist das, Freunde? Spaß, ihr dachtet, das wär's, ne? Schön wär's, ne? Ich weiß, ihr freut euch gerade, ihr erlebt gerade euer Happy Life. Keine Ahnung, ihr hört ein bisschen... Naja, das war's nicht. So, ein bisschen gute Laune Musik, euch geht's gut, ihr freut euch, alles ist toll. Aber Freunde, da muss ich euch enttäuschen, weil das war Part 1 und Part 2 folgt zugleich. Wir sehen uns heute Abend in Part 2. Lasst ein Abo und ein Like da. Genau 0% Solidarität mit dem guten Störte-Priest. Das war mal ein richtiges Scheiß-Video, obwohl er hier einen Damenbesuch hat. Wurde er genau 0%... Chad, wie heißt das Wort? Mir fällt's die ganze Zeit schon nicht ein, den ganzen Stream. Nicht emotional, sondern Empathiefeuer. Hat bei ihm nichts gebracht. Und wann ist heute Abend? Ja, auf YouTube. Freunde, an die YouTube-Leute, lasst schnell ein Abo, Like da und folgt mir auf Twitch, weil auf Twitch spielt die Magie. Ciao, bis Teil 2! Und schaut nicht bei Störte-Priest vorbei, gebt dem Mann keine Aufmerksamkeit, er redet Bullshit. Okay, wir machen kurz 2 Minuten Ruhe-Pause, bevor wir uns Teil 2 anschauen. Kannst du nicht bitte irgendwas anderes machen? Lass mich kurz überlegen. Nö. Nee. Machen wir nicht. Das, das will, das, das, nee, sehe ich nicht ein. Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, hier unterschiedliche Thumbnails zu machen. Einfach nur eine 1 und eine 2. Steuert es halt mitten in seinem Gold-Digger-Fieber-Traum. Real Talk, ich weiß nicht, ich glaube, er wurde mal von einer Frau richtig verletzt, die so richtig, es gibt ja auch Scheißfrauen, das gibt es ja, die saved erst mal in so eine Frau geraten, die so ultramaterialistisch und oberflächlich war und all sein Geld rausziehen wollte. Und er war ja auch mal Musiker und busy erfolgreich und wollte ihn nur wegen dem Fame und weil er vor Freiwild und so gespielt hat. Und deswegen ist er jetzt, glaube ich, so. Bruder, was hat der von mir für ein Thumbnail rausgekramt? Bro, das... Was soll ich sagen? Guck mal, der hat mir hier ein Bart hingemacht. Obwohl, eigentlich träume ich davon. Okay, ich sehe an... Ich sehe auf dem Thumbnail besser aus als du, ausnahmsweise. Dafür sehe ich die ganze Zeit im Video beschissener aus. Ich kann das alles nicht mehr. Real Talks tut mir auch... Ich mache zwar die ganze Jokes, aber es tut mir auch wirklich ein bisschen leid. Das... Weißt du, das fuckt mich auch selber ab. Deswegen... Deswegen gucke ich mir die Kacke auch an. Aber, Digga, ihr müsst euch mal vorstellen, du... Es ist ja auch keine leichte Sache, sich so der ganzen YouTube-Internetbühne zu... Oh, Mann, ey, Salami. Soll ich was, Alter. Und dann wirst du auch noch so von hinten gefickt von Leuten wie Stört-to-Freeze. Das fuckt ab. Wirklich. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass du ein scheiß Gefühl sein musst. Waffel, danke für deinen... Für deinen Sub im fünften Monat. Vielen, vielen Dank, Mann. Das dicker, dicker Support. Nur Küsschen für dich. Also, Real Talk, ich weiß nicht, wie du das handelst. Ich wäre maximal überfordert. Also, wirklich. Also, du hast auf jeden Fall meinen vollsten Respekt. Das ist... Real Talk, das, was du gemacht hast, ist so ein bisschen zwei Punkte... Also, das ist schon deutlich weniger, was du an Hate bekommst, was jetzt eine Keiler bekommt. Aber es ist schon so ein bisschen die Light-Version. Und das ist auf jeden Fall... Solche Sachen sind immer sehr, sehr zu respektieren, finde ich. Wie groß ist der Dude auf YouTube? 31.700 Abonnenten hat der Mann. Ja. Glaub ich nicht. Jemand, der so empathielos und rücksichtslos ist, hat safe mehrere Frauenseelen auf dem Gewissen, von denen sich mindestens eine gerichtlich gewährt hat. Weiß ich nicht, ob sich eine gerichtlich gewährt hat, aber, Juliane, ich glaube auch. Ja, glaube ich dir. Aber ich glaube, davor, also ganz am Anfang, glaube ich, hat er irgendeine scheiß Erfahrung gemacht. Irgendwie muss er da hingekommen sein. Bin ich mir relativ sicher. Hab acht Kilo abgenommen und hab zwischendurch Panikattacken, durch den Stress, aber hab viel durch Freunde und Familie. Aber hab viel Halt durch Freunde und Familie. Ey, glaube ich dir. Ich glaube dir das wirklich. Auch die ganze Zeit so diesen, also ist es bei dir so, dass du so die ganze Zeit den Druck hast, so Kommentare zu lesen und Sachen anzuschauen und so quasi auf Twitter zu gehen und so. Weißt du? Oder ist es bei dir gar nicht so? Willst du da einfach nur fliehen und willst es gar nicht lesen? Oder ist es so, dass du irgendwie den Druck hast, das irgendwie lesen zu wollen, aber du willst nicht? Pioni, vielen, vielen Dank für den Sub-Gift. Vielen, vielen Dank. Ich lese immer Kommentare. Ich hab das schon oft gehört in solchen Momenten und ich, klar, ich hab jetzt nicht so was in deinem Ausmaß erlebt, aber so in kleinerem und ich kenn das, dass wenn Leute dir Unrecht tun oder irgendwas um dich geht, dass du dann auf Krampf so richtig so ein inneres, inneren Druck hast, alles zu lesen und alles mitzubekommen, alles zu verfolgen, alles zu schauen, aber eigentlich das alles nur noch schlimmer macht, so. Aber du kannst dann auch einfach das nicht machen. Das ist so eine Scheiß-Situation. Aber ist es auf dem Weg der Besserung oder geht es gerade runter wegen den 8 Kilo abgenommen? Weil es ist ja schon, also ich weiß es nicht, also du siehst jetzt nicht unbedingt aus, als könntest du, also ich will jetzt nicht über dein Gewicht reden, aber du siehst jetzt nicht so aus, als könntest du, also es wäre gesund, wenn du, also weißt du? Ich will halt nicht so, ja, du weißt. Müssen wir uns Sorgen machen oder hast du es im Griff, wenn du es sagen willst? Wir wollen kurz Luft schnappen für eine bessere Laune, bis gleich genossen, bis gleichi. Schnapp für mich ein bisschen Luft mit, ich brauche die. All good, hab es im Griff, hast du es auch wirklich im Griff oder sagst du es nur so? Sei ehrlich, wirklich. Ich kenne das, dann sagt man, ja, alles gut und dann so schlecht wie noch nie. Du kannst es mir sagen, wenn du möchtest. Hey, bin back, mein Akku war leer. Okay, jetzt willkommen zurück. Es kann nur besser werden, es kann auch noch viel schlimmer werden. Real talk. Date kommt immer aus derselben Bubble. Ja, es ist auch einfach unnötig, ich hasse das. So, es ist ja okay, wenn man ihr zum Beispiel nicht glaubt oder anderen. Das ist ja okay, aber dann halt die Fresse so, weißt du, ich meine, dann, also, sie zwingt ja keinen, irgendwem zu glauben. So, man kann ja auch einfach zuhören und dann für sich sagen, ja, okay, nee, das reicht mir nicht, ich halte mich da mal raus oder so, das schadet ja keinem, aber so dann unnötig so reinzukacken, ich hasse sowas. Ja, nee, nee, alles gut, die Anfangszeit war nur Horror. Okay, okay, ich vertraue dir da mal, ausnahmsweise, ähm, aber pass auf dich auf. Ja, ähm, ansonsten, so mit so Sachen wie Suppe und so wieder anfangen, ich kenne das, wenn man so gar keinen Appetit hat und sich die ganze Zeit fühlt, als würde man platzen und, äh, als würde man kotzen, wenn man ans Essen denkt und es geht einfach nicht, denkt man, aber es geht, das ist nur der Kopf, so, und der Magen hat ja trotzdem Kapazität, Generell für euch, ne, falls ihr in so einer Lage seid, man hat das zum Beispiel oft auch nach, äh, in einer Trennung an sich, so, dass man einfach in so einer Dingsrutsch, ihr könnt essen, das ist nur euer Kopf, ne, ihr müsst einfach essen, das funktioniert, tatsächlich. Genau, okay, Chat, seid ihr bereit für das zweite Video oder habt ihr keinen Bock? Also, auch wenn ihr jetzt keinen Bock habt, ist mir egal. Hallo, Pasteldenata, was geht? Nein, ja, würde mir stinken, wenn ich du werde. Ähm, Nein, nein, Uwo Sound, ich finde ich alles mein Bester.